servus leute und herzlich willkommen wieder zu einem neuen live zu dem stream heute wieder zurück am start wieder mit conda heute auf rlo unterwegs leute und wir haben jetzt schon seit ein paar tagen nicht mehr gestreamt weil wie lange war es jetzt schon seit zwei oder drei tagen nicht mehr auf jeden fall schon ungewöhnlich lange für mich ungewöhnlich lange aber viele dinge sind passiert leute aber ihr habt ja am samstag ein wunderschönes was denn da schon wieder los kenny mit einem euro sieben cent dabei pünktlich um 19.30 oder hier ein euro sieben cent raus der liebe kenny vielen vielen herzlichen dank dafür und ein herzliches jo an den chat ja wie geht es euch leute ich hoffe allen geht es gut hier mir geht es auf jeden fall sehr sehr gut sehr sehr gut hatte ein lustiges geiles wochenende und ich hoffe ihr auch schreibt sie meinen chat hinein und ja wo wir vorher stehen geblieben waren ihr habt am samstag ein cooles special bekommen könnt ihr auch mal kurzen feedback hier da lassen ich meine kommentar sektion ich war so happy und mit dem special es war wirklich cool und ich denke es war auch für die 50.000 ein richtig richtig cooles special hat auf jeden fall sehr viel freude gemacht grüße gehen noch mal raus an den lieben dario der mir da sehr viel geholfen hat auch bei dem video und ja ich hoffe es hat euch allen gefallen das ist die hauptsache so leute heute haben wir ein bisschen was vor und zwar wie ihr schon im titel sehen könnt werden wir heute mal auch wieder auf reisen gehen wir werden heute wieder ein bisschen mit dem motorrad herum cruisern das ding ist jetzt mal leute das ding ist ich muss mal schauen ob ich jetzt überhaupt nicht führerschein habe führerschein ansehen na klar ich habe keinen motorrad führerschein leute ihr wisst was das heißt wir nehmen unser auto und machen mal und machen mal unseren führerschein kannst du mal winken natürlich nicht warte mal packt den cringe aus leute eie aja jetzt wann fahrt denn hier oben ein traktor herum ist da oben eine landwirtschaft jetzt oder wie naja gut leute wir fahren mal in die in die fahrschule werden wir mal kurz den motorrad führerschein hier abflexen und dann werden wir noch motorrad kaufen gehen und kleidung werden wir auch noch kaufen gehen weil wir haben alles wir sind absolut perfekt vorbereitet für unseren trip nicht und dann müssen wir noch ja unseren mitbegleiter ja auch noch anrufen was ist denn da los weil der weiß ja auch noch nicht wann wie wo weshalb das ist alles noch ungeplant heute alles noch ungeplant so wie es von uns kennt alles streams komplett spontan aber dadurch erstehen immer so coole szenen leute gefällt euch der x6 habe habe wieder autos verkauft hat mir ein x6 dafür geholt ich weiß leute ich wechsle autos öfters als wahrscheinlich meine unterwäsche zwar zweimal täglich aber ich wechsle autos richtig oft aber ich jetzt bin ich denke ich mal zufrieden sagte ich nicht weil jetzt kommen dann wieder neue autos das kommt dann im nächsten live stream oder vielleicht auch in dem wie auch immer schauen wir mal wie zeit ist aber ich denke mehr im nächsten da kommen dann wieder neue autos auch noch dazu da werden wir uns vielleicht auch noch ein gönnen weil autohaus läuft gut läuft alles perfekt und ja vielleicht wollen wir uns dann ja noch was cooles leisten weiter also immer schön gespannt sein ak3 am kennzeichen steht für anderes kombi wie wir schon wissen so aber ich finde die felgen auch mega mit diesen mit diesen schriftzug auf den reifen weiß nicht es gibt den wagen gegen so einen geilen flair also das hat so breitbau x6 was mir aufgefallen ist leute by the way mit wenn man breitbau x6 durch die stadt fährt na ich meine wenn man so fährt so wie ich gerade ist klar aber trotzdem rip mist kübel wenn man so fährt dann ist einfach die polizei hat macht einfach auge auf dich polizei macht einfach so auge auf dich oh mein gott wer ist denn hier schon wieder so ehrenhaft 107 ist die gang dankeschön für einen euro ganz ganz liebe grüße ich habe auch schon vergessen leute wenn ihr hier neu seid auf dem kanal und es euch hier gefällt dann lasst mir gerne auch kostenlos ein abo da das wird mich mega freuen und wir sind auf jeden fall nach dem 50.000 special road to 60k oder 55k ist der nächste meilenstein auf zu den 100 in summe irgendwann das ist noch immer der größte traum jetzt muss ich erstmal die 50.000 realisieren und dann gehen wir schon langsam wieder weiter rauf und jeder der mich hier auf meinem weg hier begleitet absoluter ehrenmann also schaut vorbei macht mit seid dabei und nicht vergessen auch die glocke zu aktivieren ganz wichtiger fakt aktiviert gerne auch die glocke und dann bekommt ihr so eine benachrichtigung so wie wenn euch eure perle auf whatsapp schreibt wo ihr immer schon so gespannt drauf wartet wann sie zurückschreibt so ist der moment kann man so vergleichen Leute kann man so vergleichen so ab in die fahrschule frage mich zwar dann immer was ich dort mit meinem leben anfange aber was sein muss muss sein weil sonst will ich bei der motoratur dann irgendwie im knast landen beziehungsweise irgendeine scheiße bekommen deswegen wir machen mal unseren führerschein so wie jeder normale brafe junge ok corvette steht auf jeden Fall da in matt schwarz wir flexen mit dem x6 nebenhin das macht auf jeden Fall sieb so da fragt jemand was hast du gegen combis ach wir brauchen immer die praxis ja cool machen wir ohne helm oder übersetzt mal ein helm ich hab glaube ich nicht mal ein helm ich glaube ich hab nicht mal ein helm wüsste ich ich glaube ich hab nicht mal ein helm hab ich einen helm das ist jetzt eine gute frage warte mal da ist er kappe helm es ist kein helm vorhanden Leute ja gut ihr schaut jetzt mal kurz weg wir machen die fahrprüfung einfach mal ohne helm fahrschule hat es durchgehen lassen deswegen das ist dann nicht mein senf oder nehmen wir einfach mal so hin und sie lassen mich gerade nicht fahren oder oh Gott 28% Tank Leute wird das knapp oder geht sich das nicht aus achte auf die Ampel mach ich bei rot fahren wir gut 80 dürfen wir fahren dann fahren wir mal am Link schwarzer BMW da muss man immer ausschalten schwarzer BMW das ist immer gefährlich jetzt stoppt er mich runter danke für nix lass mich fahren so Leute wir risken einfach voll wir fahren ohne helm und tanken brauchen wir auch nicht wir machen das wir rocken das einfach so Leute drauf geschissen wir machen das einfach so oh mein Gott dankeschön warte mal wen haben wir denn hier Julian Austria vielen herzlichen Dank für einen Euro was fragt er denn Linz lebt oder das freut mich nicht durch Corona zusammengebombt was ist deine Meinung zu Linz Kuss geht raus also ich bin Linz bis jetzt nur durchgefahren muss ich ehrlich sagen also nur durchgefahren und in der Nähe von Linz war ich mal auf dem Konzert aber bei der Durchfahrt musste ich sagen sehr schöne Stadt das einzige was mir nicht so gefallen hat war das Industriegebiet das war halt ein bisschen aber das ist in jeder Stadt denke ich da wo Industriegebiet ist ist es ein bisschen hässlich aber sonst die Stadt selber beim Durchfahren mega vor allem die Leute cool drauf so drücken wir mal die Maschine den schneit mal kurz weg Entschuldigung Bruder wir fahren einfach mal ohne das wäre geil in echt oder eine Fahrprüfung ohne Fahrlehrer passt fahren wir einfach solange du nicht von Polizei aufgehalten wirst hast du es geschafft ne absolut Leute nicht gut keine gute Idee stellt euch mal vor was dann für Leute auf der Straße rumfahren würden rip dann fährt mir wahrscheinlich alle zwei Wochen jemand rein by the way Leute letztens ne ich fahre so mit dem Auto stehe so an der Ampel denkt mir nix und jetzt hört ihr mal ganz kurz weg hab halt mit dem Handy geschrieben aber an der Ampel hab ich halt geschrieben weil da tue ich dann auch über Musik switchen oder so auf einmal ich schau in den Rückspiegel und ihr kennt das weil alle Autofahrer man schaut einfach immer irgendwie in den Rückspiegel ob hinter dir ein Flexer steht äh anderes ne wurscht man beobachtet halt so wie ich den Tempomaten beobachte ihn absolut nicht auf einmal fährt so jemand so ein Audi ne Audi Kombi hm fährt ich seh der kommt näher seh der fährt viel zu schnell da in der Straße war einfach 50 er fährt 100 Meter von mir entfernt Bruder wann bremst du 50 Meter von mir entfernt Bruder wann bremst du 30 Meter von mir entfernt Bruder wann bremst du 20 Meter von mir entfernt Bruder das geht sich nicht aus Bruder Habibi schaut auf Handy fährt straight mit 80 auf mich zu auf mein Heck schaut auf Augen wie ein Autobus auf einmal gell große Augen richtig reißt auf steigt voll Gas auf die Bremse das leidet an mir vorbei in den Gegenverkehr ich dachte mir nur so ich hab mir jetzt wirklich kurz gedacht der will wirklich dass ich die Seife aufheben gehe ne der wollte mich einfach richtig von hinten ja der wollte das Heck von meinem Auto wollte der einfach richtig vernaschen von hinten ne ach du Scheiße da hab ich kurz mal richtig gedacht so ich hab da nur rüber geschaut zu ihm und hab einfach nur den Kopf geschüttelt und bin weitergefahren was soll ich da noch sagen wäre er mal hinten reingefahren wäre ich wahrscheinlich ausgestiegen deswegen Leute niemals Handy am Steuer das ist 1 plus Führerschein ja für den schon so und jetzt geht dann der Tank aus Leute äh komm das muss ich ausgehen der Fahrer wollte ein Kombi aus dem Seat machen Alter der wollte ne weil wenn du in mein Auto hinten rein fährst machst du kein Kombi draus dass du hinten da rein fährst was könntest du draus machen wenn man in einen Kompaktwagen hinten rein fährt ah er hätte einen Kompaktwagen plus draus machen können scheiß Bruder der Tank es wäre jetzt ein Kompaktwagen plus dann es schaut dann einfach aus wahrscheinlich ja wie wenn man dann irgendwie da bei von Montgillard springt Führerschein im Lotto gewonnen nee irgendwo weiß ich nicht absolut lost gewesen der Typ ich hab nur noch drauf gewartet maybe dass er mir die Schuld gibt so Leute warte mal damit wir es offiziell machen warte mal wir machen es jetzt offiziell Führerschein zeigen ansehen okay Bike and Car Leute für den X6 brauchen wir dann noch den den LKW Führerschein aber das lassen wir jetzt mal weg so und jetzt brauchen wir noch warte mal ich rufe jetzt mal den Bruder an Alter weil der weiß ja noch nicht mal was davon wenn er dran geht geht dran oder der ist gerade noch wasted zum Thema hey kein Handy am Steuer Leute nehmt mich da nicht den RNO als Vorbild okay das ist Freisprechanlage by the way das hört man bis draußen gibt sowieso nicht ab das ist komplett lost wahrscheinlich hallo herzlich willkommen hallo ja guten Tag äh wie geht's ja äh sie sind hier sie sind hier bei bei Herr Rumpel wie kann ich Ihnen weiterhelfen ja ja da bin ich eh richtig ähm ist der Marc zu Hause ja ne ich fahr ich fahr grad wie ein Vollidiot mit dem Motorrad weil ich grad telefonieren muss hier mit Ihnen hallo hast du auch hast du auch einen Helm auf und fast deppert mit dem Moped umeinander tatsächlich hab ich heute keinen Helm auf äh ich auch nicht super ich muss noch einen kaufen fahren ich bin grad dabei ja wenn du schon Motorrad sagst du wie wär's wenn wir mal einfach gemeinsam so ein bisschen um die Häuser ziehen so das war heute mein Plan ja meiner auch was ja ja schon was für ein Zufall ich wollte dich noch anrufen was für ein Zufall ja auf jeden Fall war es ein Fall zu du wolltest mich doch auch anrufen geil so ein Fall zu ist das ja Bruder ich muss noch ein paar Sachen kaufen Helm und so ich ruf dich halt an ich brauch noch Helm Kleidung und ein Moped Motorrad hab ich schon gekauft ich muss noch Helm und so kaufen ja perfekt dann treffen wir uns nachher jawohl dann treffen wir uns alles klar bring mir ein Wunschkennzeichen mit ich brauch eins ein Kennzeichen ja Wunschkennzeichen ja 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 machen wir jawohl bis dann tschüssi tschau immer diese Zufälle ok Kennzeichen hab ich noch eins dabei nein ich hab jede Menge Proteine Power Raid gönn mir mal einen Schluck und dann brauchen wir noch Proteinriebe so sehr gut so wir brauchen jetzt mal eine Montur der uns hier ist fresh wenn jetzt da wenn jetzt das sexuell belästigt hinten ja ah ok ich find beim Moped fahren immer geil ein Pulli muss ich euch ehrlich sagen deswegen suche ihn mir mal ein geil mhm Supreme Pulli ist nicht so nice ich stand auf die Marke Supreme sowieso nie so lass mal das mal weg mhm einen schlichteren Pulli für mich hallo einfach mal wieder lost kurz ich hätte gern einen von Nike oder so irgendwas Bruder haben die nix für mich oder wir machen einfach den gelben Ausschi oder ja moin heute gibt's mal wieder kein Pulli für dich sag das Spiel irgendwo muss es ja Pullis geben die mir gefallen immer dieses Kleidungsmenü kennt ihr das Leute wenn ihr in ein Kleidungsgeschäft reingeht ihr seht 100 Sachen und keins davon gefällt euch so geht's mir gerade rip an der Stelle ah oh ehrenhaft danke so das kaufen wir mal dann brauchen wir noch eine Hose mit einer Gene wenn's mich da aufhaut lost so ja das wär was oder mit dem kann's uns den ganzen Bergrad runterhauen und dann ist der Berg kaputt das nennen wir so ich hab voll Idiot hat den da jetzt Bruder was was wer schießt denn hier ich verpiss mich schon mal ich geh mal einkaufen Bruder ich muss mal los gut da draußen wird gerade irgendwie da draußen wird gerade gepurcht Leute wir haben damit nix zu tun deswegen ich halte mich da mal ganz dezent raus ich will jetzt meine Hose nämlich haben Hose vor vor Pistol bräuchte die Knieschützer dann kann man wenigstens keiner mehr ins Knie schießen und nach mir rufen so digger Vollgas Hatshot voll ins Knie schwarze Hose fresh fresh da jetzt noch Schuhe mit Nikes ist ähm ja Leute wenn der Weltuntergang mal wieder kickt sag mal was ist denn da draußen gerade los haben wir gerade da Kriege oder was lächerlich okay solche Schuhe jetzt schauen wir auf jeden Fall aus wie Juggernaut ja moin jetzt brauchen wir noch einen Helm solange kein Partikel auf dem X6 fliegt Leute ist alles gut alles gut kennt ihr das einfach so alles darf passieren nur kein Kratz ins Auto dann dann schepperts so coolen Helm haben wir Handschuhe vielleicht noch Handschuhe bräuchten wir noch das wäre noch was oder herzlich willkommen Standard Gamer dankeschön fürs Abo so jetzt brauchen wir noch kurz welche Handschuhe Schuhe für die Hände das klingt eigentlich so weird jawohl ja passt haben wir die richtigen Arme yes so Leute und weil es mal Zeit wird lasst gerne auch mal ein Like da kommt schon balabala will gar nicht wissen was da hinten war deswegen fahre ich ganz schnell weg und fahre zum zum Händler und dann müssen wir noch kurz zu mir ein Kennzeichen mitnehmen das weiß ich noch also die schwarze Corvette verfolgt mich überall ist diese schwarze Corvette Moped fahren ich hob an Höhen auf und verteppert mit dem Moped umeinander Leute was kaufen wir uns kaufen wir uns eine Derby oder kaufen wir uns eine KTM was meint ihr beides kostet viel Geld ich muss auch scheiße ok wir kaufen uns eine KTM XC weiter oder kaufen wir uns eine Derby Sender 70 Kubik eine Harley auf dem Berg ist aber kein Harley KTM KTM alle sagen KTM ein schwarzer BMW so ich muss Geld holen Leute ok der Chat sagt KTM ok Chat wir machen KTM wir machen KTM ich bin überredet Chat ist einfach für KTM gut dann gehe ich schnell Geld holen wie viel war die schnell 250k uff gar nicht mal so billig ich nehme gleich mal mit wir brauchen ja dann noch Tuning darf man nicht vergessen blüzei kann nicht mal packen wir uns jetzt einfach dahin ich habe es eilig ich muss ein Moped kaufen Herr in Speck so auszahlen so wie findet man mit was wird das Tuning von dem Moped noch kosten läuft bei uns machen wir einfach Roller dann können wir schreiben denn kann man sagen denn Andi kommt da bleibt gleich und ihr bleibt gleich mag ihr den harten das Lied das geht einfach auch in die Geschichte ein einfach so ein Ohrwurm einfach so ein schönes Lied unglaublich vorwett steht noch immer da weißt du was ich parke mein Auto irgendwo anders sonst steht der da wenn ich mein Auto weiche ich hole jetzt gleich weißt du was ich stell es am Parkplatz stell es da auf die Baustelle findet es geil ich glaube da findet es keiner oder ne 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 ah da hinten da ist safe da stell man hin da passt er gut hin schaut so aus als ob der Baustellenherr hier ist passt lassen wir so oh schaut mal wie süß X6 in seiner natürlichen Umgebung auf der Baustelle ok ich hasse Apache hey der macht doch der macht gute Musik kann man nix sagen krass er hat ja nix getan in dem Sinn Geschmackssache halt ne so jetzt gehen wir KTM kaufen hoffe dass wir keine KTM Hater hier haben gut schauen wir mal rein Super Duke alter ich wollte gerade fast die Super Duke so EXC ist perfekt immer yes da müssen wir noch Kennzeichen müssen wir noch holen gehen wir den Arma tunen wir fahren natürlich zu Bennys können wir den Arma richtig fresh machen ich glaube nicht bei der kann man nämlich nicht einmal die Lackierung oder so ändern das ist das einzig blöde kann man Armbauteile machen ich weiß nur dass wir jetzt richtig fett Felgen rauf machen können eh linker Kotflügel Motorhaufe tun wir auf jeden Fall ändern Spoiler hinten drauf Leute habt ihr schon mal Moped mit Spoiler gemacht das ist mega geil Spaß so Motorrad 1 da brauchen wir jetzt richtig dicke Felgen so ich finde es ja Gussfelgen teilweise auch schon aber auf dem passen irgendwie geile Speichenfelgen da waren die ersten waren schon schön finde ich so schön schwarze ruft mich jetzt an außer in der 30er Zone hallo ja außer in der 30er Zone bist du auch in der 30er Zone ähm ich bin gerade in der 0er Zone weil ich stehe gerade ey Brudi wo bist du denn ich chill mich hier gerade ich modze gerade mein Moped auf damit es äh die gerade da backt ich bin gerade am Haken ey Bruder by the way hast du irgendjemandem gesagt dass wir euch eine Motorradtour machen nein hat dann irgendwo ein Vogel aber am Haken gezwitschert weil da sind drei Motorrad hier bei uns ey ich hab niemandem was gesagt Bruder muss auflegen bin gleich wieder da woher wissen die Leute dass wir eine Mopedtour machen haben es ja niemandem gesagt oder wird flex die sind das sind die achso das sind ja schon die Standard ich dachte mir schon die schon geil ist die Spinnennetz ja moin deswegen hat mich auch die Corvette verfolgt ne deswegen ja jetzt geht's mir ein aha da haben wir wieder da haben wir wieder da haben wir wieder die Mater-Bosse das 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 war eigentlich äh war es ja irgendwie so geplant dass wir zu zweit einfach Moped fahren gehen wurscht da hat wohl jemand andere Pläne gehabt schauen wir mal ob man es ob man es irgendwie noch tunen kann Streamsniper ist safe alter kannst den Leuten halt auch nicht irgendwie austreiben so können wir noch was machen Scheinwerfer ist uns eigentlich recht egal Neonbeleuchtung bremsen so jetzt wird's teuer ich seh jetzt schon dass sich das nicht auf Federung braucht man nicht ey wie teuer ist denn das ach du Schein Leute wir brauchen Geld aber noch richtig viel da ist ein Turbo hau ich mir noch ein Alter wir brauchen noch bisschen Money das geht sich ja never aus what the fuck wir brauchen noch ein bisschen Cash weil sonst jetzt wird das nix mit unserem Moped und Kennzeichen Kennzeichen auch ganz wichtig war das erste Mal die EXC kommt mir grad ich hatte die nämlich noch nie müssen so wie viel warnt denn das noch wie braucht man noch 350k sowas gell alter einfach mal eine halbe Mio in das Moped reingesteckt mehr 600.000 wir sind wieder unterwegs 300.000 ey wir gehen riskieren sonst müssen wir nochmal zurückfahren bitte Polizei dreht es nicht um und reiß mir den Arsch auf bitte nicht please don't do it please just let me be Panzerung 100.000 Durbo haben wir schon Motor easy geht sich da sogar noch die nicht Polizei danke so ok es ist sich ausgegangen wir haben jetzt eine voll getunete EXC sieht sie ja nice aus warte sieht sie nice aus oder sieht sie nice aus geil sie kann sogar Wheelies jetzt brauchen wir noch Kennzeichen zwei Stück zwei Stück fahren wir mal kurz ins Autohaus das ist halt das geile dran Leute das ist halt wirklich das mega geile dran wenn man ein Autohaus besitzt man kann sich einfach die Autos ziehen und die Kennzeichen ist einfach mega nice der kam aus Richtung Autohaus ich glaube da hat jemand von der Preisliste erfahren kann das sein ich will mal nachfragen ich glaube da hat jemand nach dem Preis vom Bugatti gefragt oder so ich glaube dann fiel er kurz ins Koma ach ist hier jemand da ich schau mal ich schau mal rein und sag hallo ich wette nicht wird jetzt verwiesen vom Autohaus schau mal wir dürfen hier nicht reinfahren hallo und ich dachte schon ich werde jetzt verwiesen sie dürfen hier nicht reinfahren fahren sie sofort weg kann ich da nicht machen du bist der Chef ja ich dachte du erkennst mich nicht aber ich bekomme einen Anruf hallo ja 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 servus ey Brüdi hast du Zeit ich bin jetzt fertig mit allem drum erwarte ich wohl noch dein Kennzeichen so dankeschön wo treffen wir uns ähm Willkippenverein Volzberg ähm ich wäre doch dann eher für Lebring ich wäre für Autoscooterverein Lebring wäre ich ja Autoscooterverein Lebring dann treffen wir uns in Lebring ok ja passt mach mal bei der Autobahnabfahrt rechts beim Casino gell jawohl ja in Lebring perfekt ja Lebring perfekt bis gleich tschüss juhu juhu ey Miles dankeschön fürs VIP werden herzlich willkommen er ist schon aber direkt VIP Bro dankeschön lieber Miles ich bin mal unterwegs ne tschau ja tschüss so gut wir fahren jetzt nach Lebring seriös plus Kurt ist gleich Error ja das ist aber bei mir auch so Leute wir können nicht seriös bleiben also kommt drauf an Alter was ist denn das für ein M5 war der grad war der grad Pissgelb Pissgelber M5 Leute Goals sicher geschenkt bekommen ändert ein Kennzeichen mache ich dann gemeinsam mit Kurt muss dann so ich hoffe ich habe jetzt zwei eingepackt Dankeschön so bei einer Abfahrt in Lebring ich hoffe die Message kam jetzt rüber so da hinten ist die Abfahrt beim Casino yes nice morning gegen gegen Verband so habe ich verstanden und da ändere ich jetzt meine Kennzeichen oh mein Gott oh mein Gott ach du scheiße heils heils was tust du mir an oh mein Gott zehn Euro hey moin moin ähm gönn dir noch was äh gönn mir noch etwas den Stream und komm später auch dir dann noch einen geilen Stream ey vielen herzlichen Dank lieber Miles und danke fürs VIP werden ganz ganz liebe Grüße Dankeschön vielen vielen Dank und Snow Lena Hofferson Dankeschön für zwei Euro und herzlichen Dank ja ich bin jetzt in Lebring ja ich ebenfalls so bist du ich fahre da schon ja der Autobahnabfahrt Lebring hä du hast doch gesagt Autoscooter treff ich bin mit dem Autoscooter hier ja ja ich ich komme gleich geflogen ja ich komme gleich geflogen ja ich warte hier ich fahre schon mit dem Autoscooter du kommst keiner ja ich äh jo jetzt kommt er doch zum Autoscooter treff ich wollte so ab warte mal kriegt es mich sowas von auf jo servus hi wo ist denn dein Bike ja da hinten steht es komm fahr mal eine Runde komm ich warte schon die ganze Zeit bis der wer kommt mit dem Autoscooter fahren mach dich hier fertig die Franzosen kommen auf die Deutschen aua aah aah ich kämp mich gleich in die Ecke muss das sein aah aah bist du gar nicht im Jungs-Mobil Jungs 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 greifer you spin you right round baby aah jungs jungs du jungs 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 komm probier's probier's du du blödes aah aua Du, was ist denn da gerade passiert eigentlich? Du, sag einmal, was ist denn da los? Komm her. Da in die Ecken, da um mich, komm, da zieg um mich. Du kleines Typ, du blödes. Ah! Gegen die Bande, komm, geht schon. Ah! Au! Ja, da, komm her. Ihr! Du kleines blödes Scheißstück, du! Keine Krauts! Ah! Hahaha! Du bist einfach wieder zugestimmt. Alter, was ist denn so schnell? Ich bin in Frankreich. Ja, ich merk's. Die Konkord bist du. Du bist die französische Konkord bist du. Komm her. Und du bist die deutsche Lufthansa. Geht auch immer Verspätung. Au! Jetzt aber. No Front. Gegen die Bande? Ja! Endlich! 100 Punkte! Für Deutschland! Ah, das hat gerade geschallt. Ah! Überstück gegen die Bande. Überall Käfig. Ah, das hat gerade geschallt. Ja, bist du. Ach, komm her, jetzt. Jetzt reicht's, Wawa. Vorrat fahren. Schade, ich wollte dich jetzt richtig im Eck zerpelzen. Ja, ja. Selma Schuhe. Guck mal mit dir. Zeig dir das. Boah, was? Alter mit... Alter. Yamaha. Ach ja, bei der Woche, ich bin da vorne hingefallen. Das ist ja alles voll mit Matsch und so. Ich bin zwei Meter gefahren und bin schon voll auf die Fresse geflogen. Eieieiei. Pass mal auf. Pass mal auf. Ich zeig dir jetzt folgendes. Ich hab die ja ein bisschen getunt, ne? Da drin ist der Abgasflansch. Der geht rüber zum Abgasterrinator. Der macht einen Zwiespalt da hinten. Pass auf. Und dort geht er über den Turbo über den Flansch zum Auspuff. Am ESD hängt dann der Inflansch nach zurück. Also der macht den Inflansch zurück in das Motorrad rein. Geht dann in die Nockenwelle und alles zurück zum Lenkgelenk. Und somit hat das Ding 5.523 PS. Ist das nicht geil? Und wann wird dann der Horst zum Richard? Ja, das muss ich den Typen da vorne fragen, der an dem Ding steht. Oh, 4.50 pro Person. Ich will mitfahren. Hallo. 4.50 heute extra Platz. Ja, die kranke Leute dürfen aber nicht mitfahren. Fährst du mit ne Runde? Ja, fährst du mit ne Runde? Das ist Corona. Wir brauchen Mundschutz. Ich hab meinen vergessen. Das Fahrgeschäft. Starten sie das Fahrgeschäft. Ich hab Bock zu fahren. Was? Warte mal. Ich will den Nerven kitzeln. Warum startet der nicht? Ich bin Splat. Au. Warum startet der nicht, Bruder? Ich hab 4.50 bezahlt und der startet jetzt nicht. Sie kriegen ne schlechte Google Bewertung von mir, das sag ich ihnen. 5 Sterne. Schlechteste Bewertung 5 Sterne. Du, wann wird denn dann eigentlich die Nockenwelle zur Wellenlocke? Äh, Wellennocke? At least you tried. Komm, fahren wir mal. Du, by the way, ich hab ein paar Leute eingeladen. Mit dem willst du dann den Berg hochfahren? Ja, will ich. Äh, ich brauch mal ein Mundschkennzeichen, bitte. Das ist, das ist ja das beste Berg mobil, dass du dir vorstellen kannst. Dankeschön. Absolut. So, was war das für Kennzeichen? Puss auf. Absolut. Was, was hau ich denn drauf aufs Kennzeichen? Dankeschön. Hast du eine Idee vielleicht? Nockenwelle? Nockenwelle 1? Kannst du bitten? Hallo? Nockenwelle. Na, Wellenlocke. Wellenlocke? Okay. Ne, ich, ich, ich überleg das was. Du könntest Kurt Gurt. Ich find den Namen Kurt nämlich so lustig. Hab ich letztens in einem Magazin gelesen. Kennst du den Namen? Das ist in Europa. Sagen sie immer Kurti. Du könntest Kurt Gurt nehmen, das ist mega lustig. Ha, no friend. Bitte nimm Kurt Gurt. Ich geh mal meine holen. Kennst du schon Kurti den Eislutscher? Stimmt, Buti. A Wishlist. Für's dir heim. Das brauch ich noch. Du spendierst dann aber eh, gell, Buti? Siehst du eh? Ich fahr jetzt nur mehr Motorrad, weil dann ist die Chance geringer, dass ich Tiere schütze. Na? Aber, Buti du musst mir dann, was hau ich denn rein in die Wishlist? Ich tu mein Buti dann in die Wishlist rein. Ich spendier mal sonst dir heim. Fast Buti machen wir Bruder. So. Ich geb mir jetzt mal mein, ich geb mir jetzt mal mein Kennzeichen da machen. Leute, was nehmen wir aufs Kennzeichen? Leute, was nehmen wir aufs Kennzeichen? Wishlist. Perfektes Kennzeichen, Leute. Bruder. Hallo. Bruder. Ja, Bruder. Was ist denn los? Warte mal. Hörst du mich? Ja, ja. Nee, Bruder. Ich hab grad Wunschkennzeichen drauf gemacht. Ja, klar. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Schau mal auf mein Kennzeichen. Boah. Das ist, das ist heftig, Bruder. Genau das ist meine Wohnung. Das ist geil. Weil jedes Abgas, weil jedes Abgas geht ans Tierheim, musst du wissen. Nee, Bruder, Bruder. Guck mal, guck mal. Ja, hier. Guck mal, guck mal bitte mein Kennzeichen an. Wir kommen auf www.chlo.de. Ich hab überlegt und dachte mir so, www.chlo.de wäre doch geil, oder? Hast du ne neue Ördel gekauft, oder was? Ja, ne neue Ördel gekauft, Bruder. Ist doch geil, oder nicht? Mega. Vor allem, man braucht ein bisschen, bis man... Also, da hast du sicher den Link von deiner Wishlist drin, oder? So in etwa, ja. Ey, Bruder, es ist eh nicht das Problem. Ich hab ein paar Leute eingeladen zu der Tour. Sollen wir die mal anrufen, oder mal irgendwie was machen, oder? Wollen wir erstmal ne kleine Tour zusammenfahren, oder? Ähm. Ja, schauen wir mal. Machen wir mal zusammen ein, oder wie? Und dann... Ja, wo wollen wir denn mal hinfahren? Nachher holen wir die Schmitzer. Ich hab vielleicht... Ey, Bruder, ich hab mir gedacht, wir machen so ne kleine Tour, machen so Zwischenstopp bei, äh, Aldi. Und machen ein bisschen was... Warum nicht so netto? Wir sind nicht so abgehoben. Schau. Und dann machen wir da mal Hände hoch, Bruder, sonst kriegst du eins auf Schnauze. Weißt du, sowas in der Art. Ich hab mir nämlich gedacht, wir raubeln in der Zwischenzeit so ein bisschen aus, weil der kommt nicht weg. Scheiße, Alter. Ich hab keine Maske. Ja, Bruder, deshalb hab ich mir auch extra einen Helm gegönnt, wo man nix durchsieht. Ja, du bist... Bist halt bauernschlau. Das bin ich nicht. Genau. Da fehlt... Da fehlt ja einfach die... Die Kompetenz dafür. Ja, ich... Ich pack mir aber Maske auf die Wishlist. Okay? Wo kommen wir denn hin? Mount Chiliad? Würde ich... Würde ich zusammen mit der ganzen... Mit der ganzen... Ja, auf... Auf Chili hätte ich wirklich Lust. Da könnte man hinfahren. Du bist ein ganz lustiger heute, ne? Also heute hast du wirklich in der Clownskiste geschlafen. Nein. Eigentlich nur... Nein, ich hab heute nur zum Mieter Kichererbsen gehabt. Hey, Bruder. Bruder, du hast in... Du hast in der... Du hast in der Kramkiste geschlafen. Deshalb bist du so mad. Wart mal kurz. Du, wem gehört denn da das Fahrgeschäft? Wie gehört denn das? Ja, mir ist meins. Kurt Rumpel. Achso, ich hab da jetzt grad reingespieben. Ja, ist schon gut. Ey, Bruder, jetzt... Ohne Witz, wo fahren wir denn hin? Ich würd mal sagen, wir machen erstmal ne kleine Tour und dann machen wir eine große Tour mit allen zusammen, oder? Absolut richtig. Genauso machen wir das. Ja, ich würd sagen, wir machen ne... Warte, ich markier mal. Wir fahren mal zum Laden. Wir machen so ne kleine Ladentour, oder? Erstmal. Von Laden zu Laden, oder nicht? Ich wär voll für. Ja, ich bräuchte trotzdem ne Maske, weil sonst... Ja, warum? Kann ja ich machen und du bist einfach daneben und sammelst ein. Die kriegen ja nur mein Bild. Verstehst du? Dann mach halt ich die ganze Zeit. Ist ja kein Problem. Komm, Fabio. Ich bin mir grad nicht sicher. Ja, schau mal. Ich bin mir 100% sicher. Ja, ja, genau. Okay. Chat schreibt, er hat recht. Okay. Dann nehmen wir das. Zehe ich ihn grad ab mit der EXC, oder was? Nein. Never. Ich steh, ich... Ich steh dann halt einfach mit dem Rücken irgendwie. Leute, der hat ne Rennmaschine. Ich hab ne super Motor. Alter, der zieht ab. Warum steht da? Ich dachte schon, da steht... Oh! Alter, knackt's bei dir. Wir gönnen dem Blitzer kein Geld. Wir zahlen schon genug Steuern. So. Darauf erst mal einen Schluck. Lass doch nicht saufen! Aua. Irmi? Er raucht sein Moped. Das hat er ja gemacht. Oh! Ein kurzer Planer, der es zum Scheitern verurteilt. Richtig. Deswegen machen wir es auch. Weil dann ist es lustig. Wir fahren jetzt zu Dylan und Francis, oder? Rüber. Wir fahren jetzt zu Dylan und Francis. Und da fülle ich hin. Okay, was macht er? Ja. Hast du noch deinen Zwetschgen-Röster geholt? Ja, ich hab noch einen Zwetschgen-Röster geholt. Für meinen Kaiserschmoren. Mega. Weil ich tank mal schnell auf, ne? Ja, ja. Sollte ich auch machen. Gute Idee. Alex, YouTube, Dankeschön für 99 Cent. Vielen herzlichen Dank. Alter, ich muss dir immer sagen, ich hab immer so Respekt vor den Tankstellen, ne? Weil die haben so das... dass die manchmal hochgehen. Die sind ziemlich explosiv. Man könnte sie schon fast cholerisch nennen. Ja, sollen sie sein, ne? Mir ist das komplett egal eigentlich. Solange sie mich nicht hoch sprengt. Wisst ihr, welches Lied grad zu ihm passen würde? Die ganze Welt dreht sich um mich. Denn ich bin nur ein Egoist. Der Mensch, der mir am nächsten ist. Bin ich, ich bin ein Egoist. Ich kann sie gleich offen lassen. Das Lied passt. Ey Bruder? Ja? Jetzt pass mal auf. Ich schau, ob hier wer kommt. Kannst du ein bisschen Schmirre stehen? Schmirre? Ja. Ja, ja. Und dann kommst du rein. Sobald ich schieße, kommst du rein, okay? Und dann nimmst du das Geld mit. Du könntest auch einfach schreien. Schießen ist jetzt laut, oder? Ach so, stimmt, stimmt. Ich schreie einfach so. Guten Tag. Hey Islusli! Das ist ein Raubüberfall. Geben Servus oben. Geben Sie Champagner. Geben Sie Champagner. Geben Sie. Das ist ein Raubüberfall. Genau, ein Raubüberfall ist es. Geben Servus oben. Komm, geht schon, geht schon, geht schon, geht schon. Komm, schneller, schneller, schneller. Haben Sie sich laut da gewonnen, oder was? Ich sag ihm, dass du dir so ein Heftl für mich einpacken oben. Packen Sie bitte so ein Heftl für meinen Freund ein. Ey Bruder, komm, komm, komm schnell. Komm schon, komm in die Ecke. Komm in die Ecke. Da rein, da rein, da rein. Hast du? Perfekt. Jawohl. Wie viel hast du bekommen? 5k. Jawohl. Komm, fahr mal weg. Das hat sich voll auszutiert halt wie ein Gehalt. Ich hab nichts bekommen, aber es ist okay. Komm, fahr mal weiter. Schnell, 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 schnell. Das hat sich grad wie ein Gehalt ausbezahlt. Alter, sind wir schnell davon. Ich hab so das Gefühl, dass mich gleich so auf die Schnauze legen wird. War sowas ein dummes Gefühl. Alter. Ist so deppert der Vater ein Strusszahn. Wow. Wieso wusste ich sowas? Au. Leute, das war wieder der Moment. Einfach gerade wieder kurz geschallert hat. Ich sag's nämlich noch. Geht jetzt da drüben in den Dönerladen ausrauben, oder wie? Kommen sie, kommen sie, kommen sie. Oder ich hatte... Oder hat sich aufgeschmaßt? Nee, nee, ich hatte kurz einen Niesanfall. Ja. Wir machen jetzt folgendes, ja. Ich werde hier zu tun, dass wir den ausraulen. Verschwind aber direkt wieder. Pass mal auf. Und dann gehen wir weiter. Komm, schnell, schnell raus, schnell raus, schnell raus. Komm, fahr, 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 fahr. Und fahr mir hinterher. Alles klar, Leute. Wir sind wieder on Tour. Machen gerade eine Gangtour. 2020. So, Leute. Das ist unsere Interpretation von... Ähm... Ja. Wie soll man sagen? Das ist unsere Interpretation... Ich dachte, da kommt der Copa Ria. Von einer Motorrad Tour? So macht man das, Leute. So macht man das. So macht man Para. So kommt das Geld zusammen fürs Autohaus. Hier ist ein Kombi. Da stand er ja. Alter. Wie so ein verdeckter Polizist. Wo die da vorne rechts war. Da vorne rechts. Heißt, ist die nicht vorne links? Ach so, er will zu der hin. Okay. Und da unten gab es auch einer. Ist Polizei auf und zu, aber safe. Hier, Cops. Die haben keine Chance. Aber wir sind über alle Berge. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir auch eine Rennmaschine gezogen. Aber ich will ja ins Gelände. So, der will zu der... Ah. I know. Der will zu dieser großen Dagenstelle. Verstehe, Leute. Verstehe. Verstehe. Schaffen wir heute die 1000 Likes? Auf ihren Basis. Schaffen wir das heute? Das würde mich natürlich mega freuen. Ich setze mir das jetzt auf die Wishlist, Leute. 1000 Likes fürs Kennzeichen. Wishlist. Und... Vielleicht schaffen wir einen neuen Abo-Meilenstein. Vielleicht knackt man die 53.300, Leute. Vielleicht. Vielleicht. Aber... Man schaut mal. Für alle, die neu sind, gerne kostenlos abonnieren. Glocke drücken. Das wäre auf jeden Fall... Das wäre auf jeden Fall mega, mega Choral. Da freue ich mich. Du, warum brauchst denn du so lange? Ja, Bruder. Ich denke mir so, warum brauchst du so lange hinten? Ich bin nicht schnell. Boah, ja, merkt man. Merkt man richtig heftig. Gehe ich jetzt nicht. Ja, ich verstehe auch noch Bahnhof, ey. Bruder. Kannst du ein bisschen schauen, ob da wer kommt? Ja, ja. Ich stehe wieder Schmirgelpapier. Perfekt. Überfall. Das ist ein Überfall. Gib's her was home. Hände ins Lüftli. Give me the money raus from the Kasse. From the Kasse, genau. The money from the Kasse. Raus damit. Sonst gibt's eine Kugel zwischen Auge und Stirne. Komm, geht schon. Geht schon, geht schon. Komm, wir haben nicht den ganzen Tag. Wir haben nicht den ganzen Tag. Ja? Ja, genau. Wir haben nicht den ganzen Tag. Vielen Dank. Ey, 2000. Komm, schnell, 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 schnell. Komm, komm, komm. Komm, bevor du kommst, komm. Ich sag's euch, Leute. Das wird heute nicht mehr gut gehen, weil wir werden einfach von der Polizei wahrscheinlich abgeführt. Wir werden einfach wahrscheinlich während der Motorradtour einfach wahrscheinlich im Knast gesteckt. Kopfüber. Wie in einen Wäschewandel. Ich gehe dann eh noch zum Gardimarkt, ja? 1 zu 7, Professional Tuning. Gardimarkt. Schauen wir dann eh noch hin. Auf jeden Fall. Und der Erik weiß, wie man's macht. Erik Hartmannsprober weiß, wie man's macht. Ein Abo dalassen. Best noch Glocke aktivieren. Bester Mann. Vielen Dank. Alle anderen. Ah! Und alle anderen natürlich auch. Beste Männer. Jetzt gib... Jetzt gib doch mal Gas, Bruder. Gib doch mal Gas. Fuhigas, Bruder. Fuhigas. Geh schon, geh mal. Willi, komm. Oh. Alter, bei mir ist draußen wieder Weltuntergang, Leute. Gerade vorhin ging schon wieder so ein heftiges Gewitter runter. Das war abnormal, Leute. Ist wieder gestürmt. Ich dachte, was ist mit dem Auto gerade passiert? Das ist eine lahme Krücke bist du, ne? Eine richtig lahme Krücke. Nein, ich fahr gern EXC. Ja, du bist halt echt lahm, Bruder. Da hat's wieder grad vorhin die ganzen Sträucher zerschallert bei mir draußen. Wie ist denn bei euch? Wie ist denn bei euch das Wetter, Leute? Der Wise fragt, hast du in echt auch ein Moped? Ich hatte ein Moped. Ich hatte eine Yamaha Aerox. Ich hab daran immer fest herumgeschraubt. Wie man es halt so macht, das Irrer. Und... Bruder, tanken? Ey, Bruder. Hm? Ich glaub dir grad aus, ist dir aufgefallen, dass die alle gleich aussehen? Jetzt noch Races, aber das ist immer dieselbe Person, glaube ich. Familienclam. Ey, Bruder, pass doch auf, da kommt der. Bruder, chill, schau, wer das ist. Ey, du kannst, komm, komm, hol die Sachen, hol die Sachen. Hast du bekommen? Okay, scheiß. Hast du nicht bekommen? Okay, Bruder, weg, 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 weg. Schau hast du zu geschießen. Perfekt. Leute, der Humor ist heute trockener als die Luftfeuchtigkeit. Ohne Witz. Hauptsache, deine Klima rennt. Die ist grad aus, Leute. Witz schon. Lukas Logemann oder Logemann. Ich hoffe mal, ich hab Logemann passt. Dankeschön für einen Euro. Ehrenmann. Der Lukas Ehrenmann, nicht Logemann. Ehrenmann. Da oben ist wieder ein Tank, ja. Will ich hin? Oh, war das knapp. 100 Meter neben dir ein Blitz eingeschlagen. Bist du deppert. Das hast du überlebt. Wo ist denn er hin? Ich sag einmal, was ist denn da? Ich hab gedacht, er will die Reiker machen. Wo ist er denn jetzt hin? Sag mal, das gibt's. Wo ist er denn jetzt hin? Malaka. Insgub immer. Malaka, verstehst? So. So, Notruf. Alarm im Darm. Bruder, ich hab grad... Ich hab grad Alarm im Darm. Wo bist du? Ich fahr da grad weiter die Strecke. Wo bist du? Ich hab extra... Achso, ich bin da... Ich bin da zu der Tanke da gefahren. Ich dachte, du willst da auch noch mitnehmen. Achso. Nee. Achso. Das ist viel zu... Bruder, das ist viel zu... Viel zu aufwendig. Ich will nicht gecatcht werden. Das ist zu... Offensichtlich. Aber ich weiß, wo wir hinfahren. Jaja, bin schon wieder da. Ich weiß, wo wir hinfahren. Ich hab... Ich hab... Ja, ja. Schau, dass du mithalten kannst mit mir. Jaja, sicher. Perfekt. Der Lukas Ehrenmann. So nenn ich dich jetzt. Lukas Logemann. Dankeschön nochmal für 5 Euro. Er ist Bayern-Fan. Alter, Bayern hat Barca zerstört, ne? Ich bin irgendwo stecken geblieben. Gude, ich... 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 Ich komm gleich wieder. Wartest du hier? Ich muss dich selber überhelfen. Ist... Ist... Ist jemand in der Kindheit stecken geblieben? Ja, das wäre in der Kindheit stecken geblieben. Ich bin ja wieder hier, ne? Bin ich wieder da. Hm-mm. Setz den auf die Wishlist. Na, Jungs. Jungs, 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 Jungs. Was geht? Die reden nicht mit mir. Wartet mal, Leute. Wir könnten... Wir könnten den... Wir könnten den... Wir könnten denen einen Witz erzählen. Warte mal. Was... Was könnte man sagen? Warte mal. Wie geht der Witz nochmal schnell? Wie geht der Witz nochmal schnell? Ähm... Was kann man anheften? Und ist gestreift? Deine Mutter. Ein Klebra. Kommt eigentlich noch was? Anderes außer Fortnite? Deine Mutter. Ich muss ihm jetzt aufklären, dass man das mit mehr Elan sagt. Das muss man mit viel mehr Elan sagen. Alter. Ich hoffe, im Gelände habe ich dann meine Vorteile. Wenn nicht, seit live. Wobei, je schneller man fährt, desto heftiger kann es dann aufschallern. Deine Polsterung ist jetzt auch nicht die beste. Bruder, du musst das mit mehr Elan sagen. Da hat er den Bruder. Ja, ich weiß. Ey, guck mal, da ist bei einkaufen. Boah, Alter, was hat denn der denn hier einen Anhänger? Geil. Ja, da können wir uns reinlegen. Können wir unsere Mopeds raufbacken. Boah, Brüseli. Oh Gott. Er hat rote Haare. Das sieht aus wie ein Pumuckl. Ach, da ist der Pumuckl. Das heißt ja Pumuckl. Achso, sind sie nicht, der Pumuckl. Sind sie das nicht? Nein. Achso, schade. Achso, schade. Ey, Bruder. Warum kennt ihr einfach den Meister Header oder was? Hast du schon fertig getankt? Achso, ich habe gar nicht getankt. Ja, ein bisschen rüber an den Sportplatz. Komm. What the fuck, Alter. Da hat es gerade wieder die Frau zerschallert. Ich baue. Ich habe eine Kratz-30-Orange geklaut. Da hat sie das Auto nicht abgeschlossen. Komm, warum hat sie das Auto? Da hat sie das Auto nicht abgeschlossen. Das habe ich. Ich habe das Ding mal gecheckt. Da hat sie alle die ganze Geschichte geklaut. Ich habe mich tatsächlich geguckt, ob man hinten den Anleger, der war zu, aber das Auto war komplett offen. Stell dir vor, der fährt jetzt zum Verkauf und dann ist alles weg. Das ist jetzt auch nicht weg. Da kommt der Bug-Report. Du, der hat eh genug gehabt. Weißt du, warum? Der hat hinten ja doch sicher den ganzen Ding vollgeladen gehabt. Da sind auch die 30 mit. Die Fahrstelle verkaufen, ne? Da hast du mir eh hinterher. Vielleicht kriegen wir mal auf dem Weg einen Laden. Ja, ich fahre schon vor dir. Ey, da vorne ist hier ein Laden. Den können wir auch schnell ausrauben. Ich fahre schon vor dir. Musst mich einmal einholen. Ich glaube, da ist keiner, ne, zum Ausrauben. Nee, da ist keiner drin. Ja, ja. Okay, fahre wir einfach nach. Ich weiß nicht mal, wer, wo du bist. Ich weiß nicht, wo er ist. Fahr mir einfach nach. Bruder. Mir fahre. Ich kann dir unmöglich nachfahren, wenn ich nicht weiß, wo du bist. Ja, Bruder, du kommst eh so gut daher, habe ich gedacht. Ich bin schon vor dir. Ach so, du bist schon vor mir deshalb, ja. Ja, nee, ich bin gerade an der Kreuzung, wo man rechts rüberfahren kann über die Brücke beim illegalen Waffenhändler. Ah, ja, da bin ich hier gerade am Weg. Perfekt. Ja, ja. Perfekt, da komm ich hier. Ja, so ist das. Ja, ja, bis gleich. Malaka, verstehst du? Ich bin Andel als Abub, nö. Als Andelkonda. Lukas, Lodlmann, dankeschön für 1,07 Euro nochmal. Vielen herzlichen Dank. Lukas Ehrenmann. So. Bruder. Kett, seid ihr gut drauf, oder was? Wien, Berlin. Berlin, seid ihr gut drauf? Kett, ist alles in Ordnung bei uns. Bei euch. Bei uns. Schluck auf. Im Chat ist alles in Ordnung. Beam ist geil. So muss das. Ja, moin. Sag mal, im Gelände. Im Gelände sieht es wieder anders aus. Uff. Alter, mich da durchbretter. Für das habe ich mir eine EXC geholt, Leute. Im Gelände ist einfach Maschine. Aus dem Weg. Hier kommt der Eiermann. Im Chat ist alles gut. So muss das. Ringelingeling. Hier kommt der Eiermann. Alter, wie wir da durch die Wüste cruisen, like. Fucking, bro. Alter, war der episch. Da wird sogar... Alter, ich ruf gleich an. Red Bull. Brauch Sponsoring. Ruf euch das mal an. Leute, ich brauch Sponsoring. Red Bull. Meister Obst-Sendley da unten, oder? Ja, genau, Chat. Genau, Chat. Leute, gebt mir mal ein... Hip, hip. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, me? Jawollt. Crash. Ich schieße mir mal... Ich schieße mir mal ein Gatorade. Das hier ist nicht der orangenen Verkauf. Nee? Der ist weiter vorne, nee. Der ist weiter vorne. Da ist er. Da ist er ein Trocki. Jawoll, Leute. Das ist immer die beste Aktion. Leute, ich brauch... Ich weiß schon, was ich mach. Ich mach jetzt so dann... So eine Einblende. So mit hip, hip. Und dann kommt der Chat. Immer zurück. Ist geil. Das ist so... Es erinnert mich immer so an Festivals, ne? So mit dem... Eeeh. Oh. Das ist immer das Beste. Das ist immer so voll abfeiern. By the way, Leute. Ich hätte wieder mal Bock. Festivals. Ich hab sogar noch Karten. Aber... Ja. Corona. Das ist genau das, was die Welt gebraucht hat, Leute. Genau sowas. Ob's nicht schon scheiße genug ist. Ne? Wir brauchen noch ein geiles Virus. Wo hab ich eigentlich meinen Marker hingesetzt? Da heißt der Obsthändler. Ups. Sorry. Ey, Brudi. Ja? Ich hab grad 4.500 Dollar mit den geklauten Orangen gemacht. Das ist ohne Schwarzgeld. Das ist ohne Schwarzgeld, ja. Ey, das könnte ne Geschäftsidee werden. Das wird Geschäftsidee, Bruder. Einfach mal... Branchenanhänger aus. Einfach mal die Leute brauchen. Ey, so. Ich würde jetzt sagen, wir haben genug gemacht. Ich möchte nicht gecatcht werden. Machen wir Motorradtour. Ja, ruf die... Trommeln mal die Meller zusammen. Ja, ich würde sagen, wir machen... Wir machen das Treffen an der Rennstrecke, oder? Können wir machen, ja. Oder woanders. Ja, ne Tanke in der Nähe. Wart mal. Ja, ich muss auch tanken. Tatsächlich, ich fahr mir nach. Mach es wie Freddie Mercury. Ja, Freddie Mercury... Ähm... Eeejo. Ich kann nicht singen, aber... Oder vor allem nicht diese Stimme mit dir. Dann ist immer so... Das ist immer so geil zurückgekommen, ne? Das war eins der legendärsten Szenen, ne? Live Aid 1985, Leute. Als ihr das noch nicht gesehen habt, schaut es euch an. Ob ihr die Musik mögt oder nicht. Das ist einfach... Ja. Musikgeschichte. Dank in den R. Die XC, die braucht aber auch richtig viel, ne? Danke, Moped, dass du dich gerade tanken lässt. So. Okay. Ich habe gerade nicht den Tankschlauch gefunden. Der hat einen Leck. Kurz fixen müssen. Alter, wie viel da reinpasst, nämlich in das Moped, ne? Da nämlich reinpasst. Und schon wieder zwider. Ah, meine Nase juckt. Okay. Kann mich nicht beschweren. Die KTM sieht echt fresh aus. Nimmt jetzt noch den Laden mit, oder was? Hans Hölzl, der Falko. Warte, ich ballere mal eine Ad. Ja, habe ich ja auch schon gemacht, aber... Werden schon die ein oder anderen kommen, denke ich mal. Ja. Ich fahre schon mal vorne. Aua. Äh. Alter. Da schießt mir da die Radfahrer auf die Straßen. Ey. Ey. Ich fahre mal übers Berggebirge, oder? Bin auf der... Bin auf der Straße echt langsamer als... Als... Als auf dem... Ähm... Als im Gelände. Das ist ein Fakt. Ein Funfact. Kann man eigentlich auch so ein Moped ein Kombi machen? Wie würde ein Motorradkombi ausschauen? Ah. Ich weiß, wie ein Motorradkombi ausschauen würde. So wie so ein... Ein Roller... Mit... Mit Überdachung. Das ist ein Kombi. Einspurig. Sieht nämlich genauso hübsch aus. Au. Da kommt der Busch. Oh. Mein Bruder. Nicht den Stich. Nacho. GTA-Gamer wollte mal kurz reinschauen und Hallo sagen. Das ist aber nett von dir. Du bekommst ein Hallo zurück. Vielleicht bleibst du noch ein bisschen. Für... Für... Coole Szenen. Es wird sicher noch sehr viel Scheiße passieren. So. Ich fahre jetzt ein Rennen. Gegen mich selber. Ich bin schneller als Kurt. Will talk jetzt. Ich glaube, ich bin schneller als Kurt. Der Polizist. Ja, grüße Gott, Frau Stirlina. Ja, gut. Guten Tag. Ich bräuchte einmal Ihren Personalausweis. Warum? Einfach nur Routinekontrolle. Ja, äh... Habe ich was gemacht? Nee, nee. Wir machen einfach nur Routinekontrolle. Okay. Äh, tut mir leid. Wir müssen zum Einsatz. Bruder, die wollten gerade meinen Ausweis. Einfach so. Ach so, ja. Man kennt's. Man kennt's. Jetzt haben sie einen Einsatz. Ich schiebt denen so recht. Ich hoffe, die haben mit sehr viel Dünnpfiff zu tun. Ja, warum haben die, die ich gefragt habe, einen Ausweis? Ich kamen her. So, Ausweis jetzt. So, warum habe ich das gemacht? Ja, Ausweis. Routine. Okay. Okay. Das war's. Ja, man kennt ihn. Ja, ja. Ja, ja. Die haben mir gar nicht mehr zurückgegeben, die Pisa. Ich hoffe mal, dass die ja jetzt alle herkommen. Ich habe schon zehnmal angekündigt, aber noch keiner da. Weil da gab es nachdem, dass hier aufgelöst. Die Cops. Nee, nee, nee. Wir sind ja die Ersten da. Man, dieser blöde Mechaniker haut immer die Werbung raus, wenn ich die raushaue. 24-7 steht dir eben in der Nachricht. Naja, 24-7 für sie da. Da rufe ich aber auch an, wenn ich drei Uhr morgens dann wach bin und sage, ich habe einen Unfall. Kommt der mal vorbei. Ja. Okay, Dean. Ob man die auch bei Verstopfung rufen kann? Weißt du, wenn's Klo mal... Ja, sicher. Sicherlich. Ja, ich denke auch. Oder fahren sie. Dick und doof war das gerade. Aber echt jetzt. Zwei wie aus dem Bilderbuch. Lukas, Logi, mein Tage für 3,24 Euro. So, dann kommen die in den Schmarrn. Willst du vielleicht mal ein Rennen fahren? In der Zwischenzeit? Ich würde mal gerne wissen, wer schneller ist. Ja, du rückwärts. Genau. Schau mal, rückwärts. Perfekt. Aber nicht weinen, wenn du verlierst, gell? Ich weine immer, wenn ich verliere. Schade. Perfekt. Dann sind wir runter. Drei. Zwei. Eins. Los. Geh. Geschoben. 100% geschoben, die Partie. Eine Rennmaschine gegen eine Supermoto. Das ist wie, wenn man mit einem Agera auf die Rennstrecke kommt, Leute. Wo? Ach da. Hinter der Rennstrecke. Guten Tag. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich dachte schon, wäre gar keiner da. Nein, nein. Wir waren gerade auf der Rennstrecke. Ach so. Hin und Zweck der Sache. Ja, ja, klar. Jetzt sind alle Rennmotorraden. Das ist unglaublich. Ich habe gedacht, wir fahren halt ein bisschen Gelände. Ja, die ist auch geländetauglich. Das geht schon. Spätestens dann bei der Federung. Genau. Fakt hat. Ah ja. Du, ich habe dich eh gewinnen lassen. Nein. Merkbar. Ich habe extra, ich habe, weißt du, das Geile ist, ich habe dich extra vorhin ein bisschen ziehen lassen, bis ich dann angefahren bin. Das war echt lustig. Ja, ich meine, ich war auch nur im zweiten Gang, die ganze Strecke. Was passieren würde, auf wie viel ist die hier aufgemotzt, die hier vorne, diese R1? Aufs Allerletzte oder? Sie war aufs Allerletzte, aber jetzt nimmer. Warum nicht? Ja, das Problem hatte ich auch. Meine war auch komplett. Und dann hat mir wahrscheinlich in der Garage jemand alles ausgeschraubt. Also nicht alles, aber... Das ist ja Deep Star. Kann sein, haben Sie vielleicht das Wunschkennzeichen erst angebracht vor kurzem? Nein, ich habe das Wunschkennzeichen vor dem Tuning gehabt. Und ich habe noch gar keins angebracht, gar kein Wunschkennzeichen. Also, sie haben genau, bevor sie getunt haben, sie haben das Ding aus der Garage geholt, haben dann das Wunschkennzeichen angebracht und dann waren sie tunen. Oder mache ich nicht mein Wunschkennzeichen so schlecht. Dann weiß ich, wo das Problem ist. Dann weiß ich es. Und an was? Ich glaube, dann weiß ich, wo das Problem ist. Möchten Sie ein Kennzeichen? Ein bisschen mit einem Kennzeichen. Man muss nämlich dieses Kennzeichen davon nicht anbauen und an den Tunen fahren. Das gibt es problematisch. Was? Wer ruft mich hier an? Oh nein. Oh shit. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute. Mich haut es gerade von allen Socken. Scheiße. Jerryboss. Ey. Moin, moin. Was geht? Dankeschön. Danke, danke, danke schön. Jet. Gönnt ihm mal ein Herzchen. Oder macht, 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 schreibt mal sonst alle, schreibt mal alle Jerryboss in Jet. Schreibt mal alle, danke, Jerry. Jet. Schreibt mal alle, danke, Jerry. Ey, was ein Ehrenmann. Danke, 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 Jerry. Bei mir ist alles gut. Ich hoffe bei dir auch. Ganz, ganz, ganz liebe Grüße. Schneller ist die A1 oder? Boah. Ey, vielen Dank. Na ja, macht ne Kirsche. Leute, ne Kirsche. Jawohl, danke, Jerry. Schau mal, Jerry. Für den Jet hier. Jet, dankeschön. Bester Jet. EU-West. Herzlichen Dank. Kannst du kurz anschießen? Ich hab keine Waffe mit. Ja, sicher. Danke. Danke. Aufpassen, Burschen. Ich hab legale Waffen mit. Drei, zwei, eins. Go. Das hat eh grad kein Saubeidl-Kibara gesehen, oder? Nein. Perfekt. Sonst gibt's Kopfnuss. Ja. Kenny, dankeschön für den Euro. Gut. Servus. Ah, schön. Servus. Schön. Giftig. Giftig, jawohl. Das Motor heute. Ich kann's, ja. Die schaut so aus, das ist ein Mix zwischen Vintage und Modern, gell? Das ist super. Ja, find ich auch. Was fertig? Ah, nicht so schnell, find ich. Also 170 jetzt. Geil. Passt so wie meine. Na, endlich einmal einer mit einer Endura. Ja, moin. Wir haben einen schweren Unfall. Ähm. Was? Hier, der Kollege ist dahingestürzt. Der steht nicht mehr auf. Hallo. What? Das war okay. Da lassen wir hinfahren, Jungs. Alter Schwede, Unfall, Leute. Da gab's einen Unfall. War das Kurt? Wo ist er? Da hinten. Fuck, 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 fuck. Alter. Julio. Geh scheiße. Warte, ruft wer einen Arzt. Ui, ui, ui. Da braucht man einen Arzt. Ja. Verletzung feststellen. Ja, was ist denn da los? Sag einmal. Du sag mal, was ist denn da eigentlich gerade passiert? Durch einen Autounfall schwer verletzt. Der Auto gefahren? Nee, ich hab's gesehen. Der ist hier um die Kurve und hier in der Wande eingeschlagen. Sag einmal, wo siehst du da alle aus? Ruft so einen Arzt. Der ist rausgeschickt. Ja, moin, Alter. Der schaut aber nicht mehr so unter uns. Bei mir liegt er da. Da geht er einfach mal an Meier, ey. Ich glaub, der liegt in zwei Teilen da. Ja, ouch. Vielleicht einer da drüben, oder da. Ich kümmere mich drum. Bist du überhaupt geschult, der Arzt? Ich? Ja, ich hab Ersthelfer. Oh, okay. Also, ich verkaufe Kennzeichen, hobbymäßig. Also, ich kann das. Ja, ja, schön. Ey, wie viel verdient man da so? Ja, für das Moped hat's gerade gereicht. Und für den Helm. Aber mehr dann auch nicht. Oh mein Gott, ich wollt grad sagen, du siehst aus wie Dario, wie du dich anziehst. Ich hätt für dich für Dario gehalten. Ich hab's mir auch vorhin gehört. Ja, so mit dem Helm auf jeden Fall. Ja, vor allem, ey, hallo, guck dir mal die Kleidung an. Ja, es ist wirklich so. Ja, aber du müsstest dann so um die Ecke kommen. Ja, haben sie jetzt noch eine Küchle für mich? Wollen sie vielleicht eine grenzreichen Kraufen? Musst du um die Ecke kommen. Ja, aber meine Supermoto, die drückt aber nicht zu viel. Schön, der Dario-Imitator. Ach man, was ist denn hier los? Die Meliks brauchen auch wieder nur Zeit. Bohren die schon wieder die ganze Zeit in der Nase, oder warum brauchen die so lange? Ja, du, beim Kassieren sind's dann ganz schnell. Ja, äh, du, deswegen, über... auch in der Börsel. Das weiß ich. Er hat Zwiebelleder, ne? Der arme Bruder, der muss jetzt auch wieder bluten. Wortwörtlich. Der ist richtig Meier, Mann. Der ist richtig Meier. Wo ist denn dein Moped? Ich hab's aufgestellt, das schwarze. Ja, ja, da steht's. Tausend Likes, Leute. Ey, krass, dankeschön. Alter, ich bin so Rennmaschinen. Mach nachher einen Like hype, Leute. Nachher dann. Aber das sagt mir, mein natürlicher Instinkt sagt mir das von einem Auto angefahren. Toll. Ja, aber so war's nicht. Du weißt doch, die Autofahrer nehmen immer als erstes die Motorradfahrer mit. Aber hier war gar kein Auto. Ja, ja, das sagen sie alle. Nein, ich hab's gesehen. Er ist da in die Bande gefahren. Mhm. Autsch. Da, genau da. Wow, wieso? Wie wär's, wenn man... Wie wär's eigentlich, wenn man das Geld einmal, was man da beim Krankenhaus eigentlich die Einnehmer einmal ans Tierheim spenden? Das wär mal sinnvoll, oder? Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Das könnte man auf die Wishlist fast packen. Ja. Dass ab jetzt das Geld dann nur, wenn's Tierheim gespendet wird vom Krankenhaus, statt ins... In Porsche. Ja. Ja, zum Beispiel. Wir können ja eine Petition starten. Schon, ja. Wär eigentlich mal ein Plan. Das macht er nicht die Wishlist. Ja, ich glaub, der hat's hinter sich. Mach mich nicht erinnern. Ja, sonst... Ja, sonst... Ja, sonst ruft's halt einen Mechaniker. Bei dem seine Adern... Bei dem seine Adern... Bei dem seine Adern fließt die Öl. Ja, ich hab schon längst die Mechaniker gerufen. Ich weiß nicht, was ich... Achso, ja. Okay. Die bohren er in der Nase, anscheinend. Moped geht vor. So, jetzt... Jetzt rufe ich gleich an, da beim Arzt. Gibt's ja nicht. Ja, mussten wir auf den Tisch schauen. Der Autohauschef, höchstpersönlich. Ja, gut, aber das ist ja eine ziemlich leidende Strecke. Der wird noch einen Moment kaufen, denke ich. Ah, das dauert. Nanu, wer kommt denn da? Die schauen mir so aus, als ob sie... Achso. Hallo? Ja. Achso, das ist Yassu. Hallo, guten Tag. Grüß dich. Guten Tag. Du hast jetzt kein schlechtes Bild von mir, gell? Ey, da kommt ein Hubschrauber. Na, endlich. Ja. Du siehst mich da, und da liegt der Leich. Der Sanitäter kommt. Ich hab schon gedacht, das ist die fesche Oberärztin. Du bist gleich erlöst. Nee, bin nur echt schon leid. Ist nur der langweilige Doc, oder was? Vielleicht bin ich schon voll duichtig. Oder was meinst du? Na, da freu ich mich eben mehr, weil die Oberärztin, die nimmt dann eh nur aus. Auch aus dem Krankenhaus. Ja, aber soweit ich weiß, ist er doch liiert mit der Oberärztin, oder nicht? Ja, ja. Ja, ja, genau. Guten Tag. Guten Tag. Ja, moin. Guten Tag. Wo ist denn der her? Herr Doktor, da wäre ein Moped zum Reparieren. Schau, und sehn's das Schwarze da drüben? Ja, ich... Zur Reparatur bin ich nicht da, aber wo ist denn... Achso, zu was denn da? Ah, perfekt, da ist die Person. Da liegt der doch. Also, wir haben's jetzt eigentlich wegen dem schwarzen Moped geholt. Das, was da am Boden liegt. Ja, dafür können Sie mich Aniker rufen. Der ist dafür da. Oh! Dann haben wir uns verbrückt. Entschuldigung. Achso, ein Mist. Ach, schade. Ich helfe der Person, die auf dem Boden liegt. Ich würde einmal bitten, einen Abstand zu halten. Achso, ja, ja. Sicherheitsabstand. Ich kann kurz Adrenalin verabreichen und anschließend werde ich die Reformation einleiten. Der Humor heute ist so schrecklich und trocken. Ja, was ist denn da eigentlich passiert? Was ist denn da... Ah! Die Frage ist gut, was da passiert ist. Guten Morgen! Sonnenschein. Wie hat er es überhaupt geschafft, da die Barrikade zu metteln? Ich bin nur angekommen... Ah, okay. Aber Glückwunsch! Und nicht zu viel belasten, das geht auf die Rippen. Ich glaube, ich habe einen Knockout oder so bekommen, aber es war eigentlich nur der Fuß. Okay. Dürfe ich einmal den Ausweis sehen? Ja, warten Sie, Sie lassen mich mal bitte kurz das Ding ausziehen. Ja, kein Problem. Er heißt Ragmumpe. Kaum steht eine Motorradtour an, da muss einer schon wieder umfallen. Ja, wirklich. Ich komme nach, Jungs. Ich komme nach. Haltet mein Bike schön warm. Ja, Bruder, ruf mich an. Gute Besserung. Gute Besserung. Gute Besserung. Das stellen wir rüber zum... Achso. Dann machen wir es schnick, schnack, schnuck. Geisse. Wisst's was? Na? Achso, kann man da zu zweit drauf fahren? Ja, kann man. Ja, kann man. Dann stellen wir es zum Abschlepp drüber, dann kann er es drüben holen. Jawohl. Perfekt. Ja, und wir holen die Abfahrt. Da müsste mich dann nur einer wieder zum Mein Bike bringen. Alter, die zieht viel heftiger als meine. Alter, die zieht aber echt heftig, Leute. Die fährt über 200. Ja, klar, dass der mich abzieht. Der arme Kurt. Leute, der arme Kurt. Jetzt wollte ich mal eine Moped Tour machen. Stellen wir es da in die Borde. Ja, mit so einer Yamaha kann man absolut nicht mithalten mit einer Air Run. Meine liebste Yassi, du hast die Ehre. Nimm mich mit. Nein, die kann mich nicht mitnehmen. Doch. Irre. Hallo. Du hast wenigstens guten Moped-Geschmack. Da weiß ich, du arbeitest bei mir. Fahren alle mit einer super Motor ins Gelände. Sehr schlau. Mach jetzt aber bitte kein Wheelie. Nee. Bitte nicht. Nicht bei 130. Lassen wir das lieber. So. Danke. Bitte. So, jetzt kann er es dort beim Mechaniker holen. So, Kennzeichen ist auf der Wishlist. Muss noch wer tanken. Na, na. Jetzt zum Krankenhaus, oder wo geht es denn? Ähm, nee, wir warten da irgendwo. Alles klar. Ich glaube, so viel Stress im Krankenhaus ist nicht gut. Ich muss jetzt aufpassen, dass es mich nicht auf die Fresse haut. na. Uff. Wir könnten ja da in das Gebiet fahren, dort, wo es so ein bisschen da rüber, äh, wo der Bach fließt. Dort können wir hinfahren. Da ist nicht so viel Gelände. Okay. Können wir chillen. Jo. Ja, klar. Wach vor. Warte mal, wo sind denn die ganzen? Ja, da fehlen ja noch welche. Sonst reeren sie wieder herum. Der, 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 der Michi fehlt noch. Da waren zwei. Die sind ja gerade auf der Rennstrecke. Da hinten kommen sie doch. Das sage ich ja. Mein Gott. Meine Güte. Hatsen wir mal hinterher. Oh, geil. Oh, geil. Los geht die Prozedur, Leute. Geil. Los geht's. Wir warten. Wir machen dann die Tour mal richtig, erst wenn Kurt dabei ist, Leute. Alles entspannt. Wir hauen nochmal inzwischen, hauen wir mal ein Like, eine Like-Nuke raus, Leute. Macht's einmal alle fett Stimmung für die Like-Nuke. Alle Hashtag Like-Nuke. Kommt schon, Leute. Alle mal Like-Nuke, Like-Nuke, Like-Nuke. Ich warte ja eh. Aber ich fahre inzwischen da gerade ein bisschen nur so herum mit den Leuten. Die richtige Bike zu machen, wir dann eh erst später. Alle Like-Nuke. Dann können wir ihn nicht besuchen gehen oder so. Hells Angels. Jawohl, Leute. Chat am Ausrasten. Here we go. Wir fahren jetzt noch eine kleine Runde durch den Wald ein bisschen und dann fahren wir ins Krankenhaus. Wir könnten ihn in seinem Moped hinstellen. Ein bisschen da durch den Wald cruisen. Nee, Leute, aber wir werden auf jeden Fall... Wir werden auf jeden Fall... Alter, da ist eine Rampe. Das wusste ich gar nicht. Alter, die müssen wir nachher verwenden. Richtig geil. Die armen Wanderer. Wanderer! Jetzt darfst mich halt nur nicht... Lass mich halt nur nicht aufscheppern. Mita schreibt rein, warum hat dein Stream keine gute Qualität? Leute, das ist Quali gerade scheiße oder was? Also ich habe die höchsten Stream-Settings, die es eigentlich gibt. Aber ja, geht gar nicht. Ich stream sogar mit... Wow. Ich stream sogar mit 17.000... Ähm... Äh... Weiß nicht, wie ist es denn? Bit. 27b, hä? Nee, da müsste... 1080b, 60fps müsst sein. Also ich stream wirklich sauhohe Bitrate. 1080b, 60fps. Alles vom Allerfeinsten. Am besten, wenn es... wenn die Quali scheiße ist, bitte nochmal neu starten ins Stream. Jawohl, Supermoto abgezogen. Haben wir noch ein bisschen... Achso, dein Handy packt ein 27, okay. Ja, da gut. Das ist was anderes. Wie viele Leute fahren da jetzt gerade? Oh. Okay. Okay, okay, okay. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass irgendwas verstellt ist oder so. Wisst ihr, Leute, was der Qualität bin ich immer... Okay. Durch die Weinberger. Aber wir machen uns... Wir machen uns jetzt einen Weg ins Krankenhaus. 50.000. Ähm... Das ist... Also... Das ist ein bisschen heftig. Aber du musst dir vorstellen, auf Twitch... Professionelle Twitch-Streamer streamen auf 8 bis 10.000. Weil es sowieso runtergerendert wird. Und ich stream auf 17. Auch wenn es runtergerendert wird, die Qualität ist trotzdem ein bisschen besser. Ja, moin. Wo seid ihr? Ja, wo ist? Oh, wir sind da gerade bei den Weinbergen und fahren wir gerade hoch. Bei den Weinbergen? Wo seid ihr denn abgewogen? Ja, sie und ich sind hier noch immer bei... beim... äh... im Karten drin? Was? What the fuck? Ne, wir sind da bei den Weinbergen oben. Ja, warte mal da. Warte, warte... Warte, warte, äh... Seid ihr oben bei dem Anwesen bei den Weinbergen? Oder wo seid ihr denn? Jetzt sind wir schon vorbei. Jetzt sind wir dann schon bei meinem Haus. Du weißt ja, wo ich wohne, oder? Äh, ja, welch denke ich mal noch finden. Ähm, wisst ihr was? Treffen wir uns beim Krankenhaus drüben. Okay, wir treffen uns beim Krankenhaus. Alles klar. Alles klar, mach mal. Jo, bis deine. Ciao. Ich fahr zu schnell. Mein geliebtes Haus. Ich fahr recht... Fahr aber recht zügig, ne? Okay, wir sind noch mehr zu viert. Ne, wir fahren jetzt. Wir gehen... Wir machen Kurt ne Freude. Wir gehen jetzt im Krankenhaus besuchen, Leute. Oder? Was haltet ihr davon? Was haltet ihr davon? Ja, das ist ne coole Idee. Den Armen hat's voll zerschallert. Der arme Junge. Arme, arme Junge. So. Leute, lasst mal gerne hier auch kosten. Ich hör zu ne Bike, du, dazu. Jawoll. Ähm, lasst mal gerne hier kosten. Da ist ein Abo da. Auch auf die Glocke. Leute, wir haben 53.300 erreicht, ne? Fällt mir gerade auf. Das war heute unser neuer Meilenstein. Michl, dankeschön. Habt ihr ein gutes Modell vom RS Q8 gefunden? Für den Sörber. Leider nicht. Kein geeignetes, leider. Dankeschön aber für den Euro. Wir sind immer auf der Suche, aber leider noch nicht. Vielleicht kommt ja auch in der nächsten Zeit eins. Der Supermoto killt alle. Ja, schaut mal. Oder wie wir da jetzt durch die Stadt packen. Yo. Ab zum Medic. So. Aber ich fahr jetzt nicht mit dem Moped rein, oder? Mit dem Moped reinfahren. Ich sag, mein Arsch ist angeschwitzt. Aber ich fahr jetzt Asi durch den Park. Das werde ich machen. Asozial durch den Park flexen. Da ist das Krankenhaus. Das ist ja irgendwo. Mann! Ich bin mich gerade so biss... Ich habe mich gerade verschätzt, Leute. Ich habe mich gerade verschätzt. Es tut mir... Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich bin hier frisch genäht worden. Ich bin hier... Grüß euch. Alter, bei der Crew. Moin. Servus. Ah, nein. Wir sind keine Crew. Frisch genäht wurden wir und dann zu Krop festgenommen. Offise, ich laufe an meinen Rollstuhl runter. So, sie können den Rollstuhl einladen. So, wo gehen wir jetzt hin? Fahren wir jetzt ins Gefängnis. Ne, ne. Ich laufe schon so runter. Grüß Gott. Hallo. Grüß, Jana. Abend. Immer schön die Leute grüßen. Wie im Stream, ne? Fangen wir mal kurz an, wo der ist. Oh, Edl. Ja, ja. Da lachen sie selbst. Bruder. Äh, Brudi. Ich. Ich. So, dann haben wir das. Warum sehe ich den nicht? Hallo? Ja, du liegst bei mir unterm Bett, Bruder. Machst du da? Suchst du schon wieder die Ameisen? Ach, du Scheiße. Und, boah, Alter. Bruder, wie geht's dir? Ja, Bruder, mir geht's ganz gut. Nur hat sich der hier grad mich reingelegt. Ja, tun wir leid. Ich hatte kurz Kuschelbedürfnis. Der ist urgeil auf dich. Habst du gesehen? Ich merk's. Äh, was höre ich da draußen? Kuschelbedürfnis, bitte. Was ist denn? Was ist denn los hier? So, wunderbar. Wo höre ich hier diese liebliche Stimme? Kommen Sie mal rein, bitte. Dann haben wir sie jetzt einmal verarztet. Ach jetzt. Dann müssen sie aufstehen. Was eigentlich? Bruder, ich hab da was mitgebracht. Oh, danke schön. Genau. Passen Sie ein bisschen auf sich auf. Schau mal, Bruder. Bleib stehen nochmal. Ich hab was mit dem Motorrad. Ey, Brudi, ich kalle jetzt nicht. Das ist eine nice Schnitte hier. Ja, lass mich stehen für die. Ja, da hast du recht. Ich höre hier eine liebliche Stimme. Hallo, wo ist die? Kommt die nicht wieder? Verschwind. Da kommt diese liebliche Stimme her. Das ist ein Ohrschloch. Po before Bro. Nee. Warum nicht? Sind Sie Ärztin? Ja. Haben Sie mich vorhin auf die Toilette gesehen? Das ist mich ganz schwer enttäuscht. Sie haben Besuch wieder vorne gestanden. Darf der kommen, oder? Das ist ein Ohrschloch. Alles klar. Das ist so ein Ohrschloch. Warum? Ich hab die... Also, wenn Sie möchten, können Sie mir gerade folgen. Dann bringe ich Sie zum Herr Parker. Das ist so ein Ohrschloch. Ist er weg? Hm? Ist er schon weg? Erst, ich geh ihn besuchen, frag ihn, wie es geht. Er steht auf, rennt zu irgendeiner Alten hin. Lass mich stehen. Das ist ein Ohrschloch. Das kann in einer Motorrad-Crew, darf das ja gar nicht sein. Er ist schwanzgesteuert, ne? Ja, gut. Er hat sicher einen Stau gehabt. Ah, ja. Oh, schau. Das war Schatz, das ist sein. Hallo! Hallo! Glückwunsch! Servus! Dankeschön, ja. Ganz toll. Ich bin verwirrt. Warum? Nein, der arbeitet nicht bei mir im Auto aus. Warte, die Frage. Ähm, Darius? Ich geh mir in die hintere Reihe. Dario, wo gehst du hin? Ich bin so hart verwirrt. Ich hab mir da jetzt auch noch die Schweizer Kücherli gemacht. Ey, das ist Buchabreis. Und dann fahr ich auch jetzt noch mit dem GTR. Für was? Ja, ich hab mir nur ein bisschen Kopf gestoßen. Ein bisschen Kopf gestoßen. Ja, da fahr ich jetzt aber auch noch den GTR. Ach, das ist nur ne Anzahl schon, ja. 600 PS. 6.000 Dollar? Da kann ich doch gleich wieder Orangen pflücken gehen. Du hast mich grad für die Eude stehen lassen, du. Ja, natürlich hab ich. Ne, das ist ja nur Spaß. Ja, gleich dich. Da fahren wir jetzt endlich mal ein Motorrad. Ich hab mir was mitgebracht, oder wie sie das ist. Das ist kein Motorradgang. Das ist zu Fuß gehen. Frag die Eude, ob es dich fahrt. Genau, es war eben nur Spaß. Wo ist mein Motorrad? Habt ihr es mitgenommen, oder? Das steht beim Abschlepper, ja. Ach so, dann Homas beim Abschlepper. Also ich will ja mitfahren. Ach so, bei dir kann ich nicht mitfahren. Kann ich hier mitfahren? Die aus wie der Dario. Ja, der Schweizer. Hab ich ein Hemm auf? Meine Augen sehen das nicht. Ja, ja. So, was nennt man Bruder, Leute. So. Da liegt schon wieder die Ampel. Da hängt schon wieder der Aussegen schief. Na super. Lol. Was wird das grad Maskenparade da hinten? Jo. Servus, wo bist du? Ich bin gleich da. Ich muss unterwegs nur kurz zum Tanken halten. Ach so, okay. Ja, wir sind, ähm, treffen uns am Hauptplatz, okay? Ich bin schon da. Ich bin schon am Tankenhaus. Alles klar. Alles klar. Okay. Ich komme mal zum Hauptplatz. Okay, Hauptplatz. Alles klar. Dann bis gleich. Ciao. Kiki, dankeschön für einen Euro geiler Stream bis jetzt. Vielen herzlichen Dank. Grüß bitte Marie, Shanti und Klein Andel. Ach, Klein Andel ist so süß. Habe ich letztens in die Story gepackt. Ein kleines süßes Ding. Wo bist du denn hin? Hauptplatz. Ist auch mal weg gewesen. Hauptplatz. Hauptplatz. Starten wir vom Hauptplatz, oder was? Na, jetzt hole ich die Truppe ab, die restliche. Jawohl, dann fahr mal vom Hauptplatz los, oder? Mhm. Ja, moin. Riecht dir mal ein Schilja drauf. Ja, ja. Ja, dann fahr ich dir nach. Joa, so schnell weg. Mach mal so. Bis gleich. Ich habe die Kurve so knapp genommen, da hätte ich fast gar nicht bekommen. Ja, weil du so urplötzlich abgebremst hast. Medel. Medel. Medel on. Er ist aus dem Krankenhaus, er hat es lebendig geschafft. Ja, tatsächlich. Haben sie da zusammengefliegt. Glückwunsch. Ja, ich war nur kurz K.O. und du hast 6.000 Dollar dafür verlangt. Wenn du da Porsche... Aber eine Frage. Porsche gehört finanziert. Wie hast du es geschafft, so eine Barrikade zu medeln? Ja, jetzt pass mal auf. Ihn hat ein Auto zusammengefahren. Ich bin vorhin komplett frontal in der Laterne. Kaum irgendwie Verletzungen gehabt. Gar nichts eigentlich. Entschuldigung? Ich bin Auto reingerasselt. Auch nichts. Ich fahr einmal kurz an diesem Ding. Ich bin nur vorbeigeschlittert. Er hat mich aufgesemmelt. Das glaubst du nicht. Direkt schwer verletzt im Boden. Joa, Alter läuft. Ja, ich verstehe es selber nicht. Ich verstehe es selber nicht. Kann man mal bitte die Motoren ausschalten? Nö. Was? Wir wollen uns hier in Ruhe unterhalten, da hinten. Ja, so laut können die ja wohl nicht sein. Ey, die schallern hier richtig durch. Ja, manchmal hat man Burn-out, würde ich sagen, oder? Ach, komm ey. Da lass dich qualmen. Das war safe von allem. Aber so wichtig. Oh! Machen sie jetzt einen Auflauf da, oder was? Das ist ein Verletzungen. Kann passieren, ja. Spagat. Kann auch passieren. Ja, gut. Äh, wie, wie, wer fehlt jetzt noch alles? Ah, zwei Leute. Wo ist denn der Mike? Sind sie drei? Achso, ja. Zwei oder drei. So, hat jemand die Nummer vom Mike? Ich rufe den mal an. Ich kann es mal versuchen, wenn er mal rangeht. Genau, wenn er mal rangehen würde. Ja, er geht irgendwie nie ran. Er ist, er soll nicht, er soll nicht die 24-7 seine Glatze polieren. Er soll immer noch aus dem Laufen, ne? Ja, ja. So. Proteinriegel und was zum Trinken. Ach, das ist nah am Start. Den haben wir erst heute geholt, kannst du dich nicht erinnern? Ja. Achso, ich weiß schon, da warst du ja wasted. Ich war wasted. Boah, tanken müsste man noch. Lass mich raten, er ging nicht ran. Welche Überraschung. Ach, da kommt schon einer von den Hau-Degen. Ja, schon mal einer. Moment. Oh, er ruft zurück. Oh. Parkplatz. Hauptplatz. Ja, moin. Ja, moin. Ja, moinchen. Wo ist denn da die nächste Tanke? Irgendwo. Okay, er ist in einer Minute da. Perfekt. Dann fahren wir noch tanken und dann fahren wir los. Sag mal, haben sich jetzt hier alle so eine teuren Bikes gekauft? What the fuck, ey? Äh, warum denn? Nur so, weil, weil die irgendwie gefühlt... Ist da eins geklaut oder was? Ich gucke gar nicht hinterher. Ich zisch mir erst mal an Corona. Oh, geil. Ach du Scheiße, was ist denn das für ein Truck da hinten? Ach, wieso gefühlt jeder? Ich sehe hier nur eine, also eine Enduro-KTM und eine normale. Also, die war voll abgefühlt. Ja, aber der Kollege hinter mir fährt eine Yamaha R1, ey. Das Ding ist auch nicht hoch, ne? Eine Yamaha. Ja, hier sind sogar zwei R1. Ja, boah. Boah, ich bin so zu, Bruder. Einer fehlt noch, oder? Mit seinem grünen Mofa. Ja. Eigentlich schon, ja. Boah, Bruder, ich bin so zu, ich sehe nichts mehr. Ja, du hast doch dein Visier vorn dran. Warte, ich... Weil der Einer geht noch. Eintrig ist noch. Ist das eine gute Idee, ihn fahrt zu lassen, wenn er besoffen ist? Du, der... Du, der ist noch... Den haben es gerade zusammenflickt. Der ist noch auf Medikamente. Das mischt sich gut mit Alkohol, deswegen. Achso, alles klar. Fahren wir schnell tanken? Jo. Jo. Jo, tanken. Passt. Wo ist denn da die nächste Ranz-Tankstelle? Erstmal gegen die Einbahn fahren. Tankstellen-Hotspot. Ich muss gleich einen Kanister mitkaufen. So, ein Kanister. Hallo, grüß euch. Servus. Bruder, ist das alles so verschwommen, oder? Habt ihr ein gutes Model vom RS-7 abgefunden? Ist das auch alles so verschwommen, oder? Leider nicht, Michael. Dankeschön nochmal für einen Euro. Ne, das ist alles so verschwommen. Ja, das ist super. Hat sich einfach gerade hinten ein Ding, wo ich klar habe. Was? 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 Ich hole gerade noch einen Kollegen aus dem Krankenhaus ab. Achso, ja. Der kommt auch mit dem Motorrad. Bruder, ich mach mal Kennzeichen weg. Kennzeichen, alle Kennzeichen weg, ja. Willst du ein Kennzeichen haben? Ja, ja, ich hab weggemacht. Ich hab nicht mal eins. Willst du ein... Achso, Miles, willst du ein Kennzeichen? Ne, ich hab schon. Ich hab noch drei von dir. Achso. Da fehlen aber noch zwei. Moment mal. Sauftour. Komm nur, Mensch. Wir haben noch mal hier. Sauftour. Boah, da bist du so langsam. Warum bist du so langsam, hä? Okay. Bruder, ich seh nix. Achso, jetzt haben die denn schon geholt, oder wie? Ja, da. Warte mal. Ich kenn mich jetzt nicht mehr aus. Ja, ich auch. Wie, wer ist es? Wer ist es? Wer ist es? Wer ist es? Wir haben einen verloren. Ich weiß, wer? Wir haben ja sie verloren. Ja, ist es wer, Bruder? Wer ist es jetzt wer? Warte mal. Wir haben unser Mädel verloren. Jawos. Wo bist du? Wir müssen mal kurz nachgehen. Ich bin mal wieder verloren gegangen. Wir sind beim Krankenhaus. Komm her. Ja, ich bin auf dem Weg. Er fühlt sich auch so scheiße. Hab's ihr schon gesagt. Ich seh meine Stufen nicht mehr. Bruder, du schaust super aus. Du gehst recht aufrecht. Ja, ich bin aufgeregt. Nein, nicht schon wieder den Kopf stoßen. Mein Gott, warte mal, warte mal. Großvater, da geht's noch. Großvater, warte, ich helfe dir. Großvater. Warte, geht's noch mit dem Kreuz? Ja, Bruder, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, warte, pass mal auf. Oh, oh. Ich ahne, ich ahne nichts Gutes. Zum Glück hat das nicht, warte. Ja. Siehst du, warte, keine hohen Antwort kostet bei dir? Großvater, soll dir da wirklich helfen? Geht's mit dem Kreuz? Komm mal, schau, pass auf. Ah, Entschuldigung. Georg Bayer, oh, Dankeschön, 549 für einen Kopf, Traube, Minze am Hauptplatz, Gewinze zu den 50k und bis Weihnachten feier wie die 100k. Shisha, diga, diga, diga. Georg, Dankeschön. Ganz, ganz liebe Grüße, lieber Georg. Siehst du den Staffi gerade gesehen? Na, schau auf, wer da kommt. Ja, wo waren wir denn? Also. Ja, Bambus schlägt wieder zu. So, komm mal hier rüber. Ich sag, du brauchst einen Panda-Bären. Er isst vielleicht mehr Bambus. Ja. So, ja, fahr jetzt mal ein Schillerloch, ja? Wo sind denn jetzt der Rest? Ja, das ist, weißt du, das ist noch was. Ja, wurscht, fahren wir mal, sonst kommen wir nirgendwo. Die fahren immer jirgendwo. Oder hat noch irgendjemand gesagt, dass er kommt? So, wer kommt denn jetzt? Ja, der, 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 ich glaub, der Connor wollte wen aus dem Krankenhaus. Ja, der ist gleich da, der ist gleich da. Achso, okay, ja, gut, dann warten wir. Ja, der ist gleich, ja. Oh Gott, der gibt sich das nichts hinterher. Auf dem Schrottplatz, oder was? Mein Gott, tut schon wieder dein Nierenstein weh. Okay, schau, ich helfe dir. Ach, wo schreit Platz? Schau, warte mal, Großvater, das ist nicht gut für dich. Bei Barbie, war das bei Toys R Us bei der Barbie-Abteilung im Angebot, oder was? Auf jeden Fall. Mein Gott, Großvater. Großvater, mein Gott. Ja, ich helfe dir. Ja. Geht's? Das ist doch gleich wieder gut, ein bisschen Fortnite ist das, ich mach noch hier. Alles klar. Schau mal, ich pack mal rein, hier die Karte. Alter, bist du blöd, oder was? Alter, das ist ja mal angemessen. Alter, ich helfe dir. Ja, der ist verfallen, wir sind die ganze Zeit. Also, ich bin ganz ehrlich. Auf dem Corona, oder? Auf dem Corona, komm, gleich schluss mit mir an. Du schluss. Mein Gott, Großvater, du nicht so viel saufen, das ist nicht gut für deine Leber. Komm, ich stoß Du an. Ja, ich hab kein Bier dabei. Mein Gott, Du hast das eh schon mit der Leber und mit der Nile, komm. Ja, ja, komm, jetzt anstoßen wir. Nein, schluss. Tum, 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 Tum. Mein Gott, du bist schon wieder bechert, hast du. Jetzt gehen wir mal rein, ich schau mal, wo der ist, der kleine Hobel. Oh, oh. Hau weh. Oh Gott. Ich sehe gleich die Cops, die in Massen stehen. Ja. Ja. aber nicht da wie im parkverbot stehen hallo wir stehen nicht im parkverbot wir parken eindeutig auf dem bürgersteig so da sind wir ja dann stylischen helm dahinten mussten den kauft alter ist erst schon mann alle der helm ist geil nein danke der herr arzt hat gesagt das krankenhaus ist leer sind wir jetzt alle ja kommen fahren wir wollen also die geiler leute motorrad tour jetzt geht's los jetzt geht's los geil ich freue mich so leute nach einer stunde 50 fangen wir mal los oder da wurde voll rauschig wie hervor hat das ist zu langsam da fehlen ja welche das burschen bleiben wir mal stehen stehen bleiben stehen bleiben da fehlt wer wer fehlt denn au ja das mädel ja wo ist sie denn ich glaube nur jassi ja dann mache ich machen wir 150 ja weißt was dann fahr ich hinten nach ne warte bruder da macht man alle limiter rein einfach tempomat auf 130 da ist sie 130 alles klar 130er tempomat das fahrt da jeder oder ja fahrt da jeder ja fahrt da jeder schaffen perfekt ich fahr ohne limiter geil schaut mal leute motorrad aus wieder leute die sind zu langsam geht das gut schon wieder leute zu langsam das gibt's ja nicht Leute röckst rödel die knöcks warte mal ach da ganz hinten meine güte komm komm mein gott jassi was machen wir noch mit dir da kickt gerade der bambus ich kann leider keinen mitnehmen auf dem bike das ist das problem bei meiner ja sehr entspannt aber echt auf dem maximalen level ich brauche dir nicht mal 130 die arme keiner wird zurückgelassen oder bitte keiner wird zurückgelassen ja also ich wollte jetzt mal warten hier ich weiß nicht jassi kommt noch oder ja die ist da ja ich hab sie abgeholt ja und ich hab euch abgeholt und wo sind die anderen da geradeaus durch oder was immer geradeaus ah ok alles klar Leute wir fahren mit der schwächeren Gruppe ehrenamtlich äh hier ist so wir sind halfway down wir sind jetzt auf dem weg nach oben ihr kennt ja das lied I'm all the way up nothing can stop me all the way up ich würde jassi echt gerne sonst mitnehmen aber da vorne ist noch jemand oder ich glaube die warten da warte mal ich warte mal kurz mein gott schau mal na komm fahr mal das ist so scheiße oder alter wenn es nach dir geht alter würdest du jeden zurücklassen so dann fahren wir mal hoch sollen wir mal die steile ding machen oder sollen wir mal nach dem weg rauffahren oh mein Gott da alter Bruder komm jetzt bin ich gespannt wie schnell das ein Rennmotorrad da aufgeht oder ob da die Supermoto dann trotzdem einen Vorteil hat mich zartst du jetzt nicht den Berg runter okay dann ist auch die Super ja moin alter also nicht die Supermoto Hauptsache da ist die Rennmaschine auch vorne ja gut was ist denn da passiert lol was ist denn da gerade geschehen hat es denn einfach gerade rein zupft da in die Spalten geil Erzbergrodeo oder Leute haben ein richtiges Feeling vom Erzberg Erzberg Wildbauernracing nur nicht aufhauen Rudel runterschubsen können wir nachher auch noch und deiner muss dann wir fahren da noch aufs Dach denke ich rauf Leute Erzberg Offroad Messe jawohl Leute wir sind die Gipfelstürmer schaut mal Leute Gipfelstürmer Gierenhaft wir waren das Erste so ich fahre jetzt rauf jawoll so wer schafft es nach der Erste fährt schon mal daneben Jassi ja moin ja da kommen sie alle schaut es mal her geil Community Community Tour nein mein Bike in meinem Bike roll ich wie ein Ghetto Präsident liegt schon wieder um Jörg Bayer danke für 2.29 wollte nur jo hören na ehrenhaft das bekommst du auf jeden Fall ein paar Sekündchen jo so hoff da fliegt es jetzt nicht um bitte Bike nein Bike bleib stehen service Bike ehrenhaft ich müsste mal winken wave warte mal wave ich brauche einen wave-emode Leute oh ja warte mal sie probieren es eh schon ha 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 wie sie es gerade probieren oh ja da kommt Kurt first drive und wie war die Fahrt holprig mein Motorrad war kaputt ich dachte so du bist so vorgefahren fahre mit dem Felsen hinten ja ich habe einen Blackout bekommen schau mal wie sie es probieren so lieb ja ich habe jetzt first try das erste mal dass ich es geschafft habe die first try auch wie ich habe schon Angst ich habe dass sie sich aufs Motorrad und das so wie wieder runter schlutzt extra geh schauen dass sie da nicht draufsetzen das wäre schlecht die kennst du gerne die Flugroute ja die kenne ich schon danke aber ich habe sie einmal überlebt ja ich habe sie einmal überlebt was machen die kommen sie nicht rüber ich weiß nicht ob sie einfach chillen sonst schauen wir mal rüber ja gut dann fangen wir rüber nicht Haneke kommt es nicht kommt es nicht rüber bitte sag mir auch jemand Chef bitte sag mir du hast einen Wektorkasten wir haben noch einen schwerverletzten natürlich nicht aber schau mal wir könnten sonst für alle die kaputte Motorräder haben schau mal hier Ausleit ja stimmt Ausleitservice also schau mal es catcht schon kann man nicht machen ja Asti was hast du da du auch rauf geschafft ja er hat ihn noch mal leider verloren wo ist er jetzt kommen die Challenge des Tages wir müssen auch wieder runterkommen ja gut wie soll ich das machen ohne Bike ja irgendwo mitfahren ich würde mich hier mitnehmen und bei mir stiebst fix bei mir auch bei mir würdest du überleben aber ich habe nur einen Sitzer gut dann fahre ich mit dem runter viel Spaß gut dann gehe ich halt zu ich trainiere Beine nicht weil man sie im Club nicht sieht wir fahren aber wirklich diese Enduristecke runter wo man eigentlich nicht runterfahren darf wer ist dafür ja ich habe ein Problem will wir sein Leben aufs Spiel setzen für ein bisschen Spaß ja ja wohl ich bin auch dabei ja mein Bike ist am Orsch Orsch geil da stehen zwei sind die nicht offen so fahr aber hier mit ich vertraue mein Leben in deine Hände Alter ich habe leider keinen Zweisitzer ist ein Problem und der der noch einen Zweisitzer hat der fährt einfach warte mal oder so da wo sind die hin so Burschen wer ist jetzt bereit Rettung in Not als Chef hat man immer einen Plan wir fahren unten rechts runter also wir fahren jetzt nicht links wir fahren da rechts da den Hügel runter bis in die Stadt runter also man sieht hier die Stadt und ich würde sagen wir fahren hier alle in die Stadt Perfekt äh fehlt noch irgendwer ne wir sollten komplett sein ne passt da eigentlich also weil ein Motorrad fehlt ja gut das ist weil das eine kaputt ist ja weil zwei ja zwei sind kaputt ach ja 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 boah ja wo ist ja gut ich glaube ich muss festhalten ja hier hat es mich schon mal richtig runter gesegelt das Ziel ist lebendig anzukommen ja ja bitte Ui, ui, ui. Wie es aussieht. Alles gut, Tom? Ja, ja. So, Leute, so macht man das. Das ist eine heldenhafte Tat von mir, oder? Ja, wirklich. Also, super. So, ich würde sagen, wir fahren nur mal rauf hier die Strecke, oder? Und dann würde ich sagen, dann fahren wir aber nochmal die krassere Strecke runter, weil das wäre jetzt ja gar nichts, das wäre Kinderspiel. Das war ja easy, cheesy. Das war easy. Ja, wir fahren dann die richtige Strecke runter. Okay. Aber dann fahren wir die nochmal rauf. Okay. Seid ihr ready? Ja, klar. Fahr mal. Eine. Leider, so macht man das. Was? Du kriegst dann ein Protein-Drägel von mir. Super. Geht schon wieder in die Geschichtsbücher ein, da? Sicher. Vorrat. Was ist denn da los? Ähm, wo sind die denn? Oh shit. Ich glaube, da ist jemand weggesmetzelt. Alter, da, 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 Bruder, da liegt einer. Ja, da war der Aufschlag zu doll. Bruder, Bruder, da liegt einer, da liegt einer. Wo liegt einer? Da oben? Ja. Da bei mir. Uiuiui, da kann aber die Versicherung ganz schön zahlen, dass da wer herkommt. Bist du nicht? Ach du Scheiße. Warte, sonst mach mal rauf. Jetzt muss man drüber gefahren. Liegt der doch, hier liegt der. Ja, bei mir liegt der unten. Oh. Ja, bei mir auch. Ach du Scheiße. Bei mir liegt der hier oben. Wie ist das denn passiert? Uiuiui. Warte, machen wir mal hier mal. Wir brauchen ja irgendwie ein Zeichen. Warte mal, ich mach ihm mal ein bisschen. Oh oh. Er fuckert gleich den ganzen Berg ab. Oder muss man aufpassen, da oben ist sehr, warte mal, da oben ist sehr Dingsen. Da darf man nicht rauf. Hat wer ein Feuerwerk? Ja, ich hab leider kein Feuerwerk. Ja, sonst tu's auf die Wishlist. Auf die Wishlist, das ist ganz toll. Ich hab ne Pumpgun. Ich hab ne Dings hier. Hier sind wir. Hier oben. Ja, da. Ach so. Ups. Ich weiß auch, dass du sich runterfällst. Entschuldigung. Ja, da geht's. Da fliegt das Magazin. So schön. Rollt der im Berg runter. Ja, das Magazin ist schön im Berg runter. Ja, weißt du was das lustige ist? Das war jetzt die einfachste Abfahrt von allen und die haut's ja auf. Das ist ja krass. Ich glaub, die sind falsch abfahrt fahren. Aber er ist ja allein gefahren. Das hat ihn allein gemettelt. Ja, ich bin zu zweit gefahren. Hey, ich hab nur eine Hand gehabt. Ja, ich bin auch zu zweit gefahren. Ich bin ja bei Mike mitgefahren. Du bist nicht gefahren. Ja, aber mein Bike steht da oben dampfend. Miles macht da den Helden. Ja, ich bin auch heiler runtergekommen. Ich bin auch runtergefahren. Ne, Moment mal. Ich hab doch gesagt, ich bin mit Mike mitgefahren. Ja, aber so, so. Ja, wie kann man das nicht schaffen? Ich bin auch runtergekommen. Du, ich glaub, ich hätte auch kein Problem damit runterzukommen. Du bist nicht mal raufgekommen. Ja, sicher. Runterkommen tust du schnell. Doch, nicht so. Schau, er ist auch runterkommen. Er ist ja auch runterkommen. Ja, du, ich glaub, der total Schaden kommt dadurch, dass ich die ganze Zeit versucht habe, aufs Dach zu kommen. Ah ja. Das kann sein, ja. Ah ja. Ja, ich hab keine Panzerung drin, ne? Ja. Ich hab das Bike nicht verstärkt. Aber gut, wenn wir ihn auf die Liste setzen. Das hat doch damit nicht zu tun. Doch, hat's. Mimimimimimi. Kann auch nur noch mimimi. Eigentlich ist das Fallon grad echt groß, ihn zu schubsen, aber ich wärs dann... Das kostet ja dann nicht im Krankenhaus, fiel es in einem Autohaus. Ich glaube, der würde mich irgendwas aus der Hölle umklatschen, einfach runterklatschen von mir. Das könnte sehr leicht passieren. Ich gehe dich dann dort heimsuchen, Alter. Und zwar sehr, sehr leicht. Siehst du, Miles? Verdammt, ich habe keine Illegalkeit dabei. Leg dich nicht mit mir an. Okay, wollen wir baseball spielen? Ich meine, hier oben ist es perfekt. Was meinst du? Frontal oder quer ein Arsch? Geht schon, Miles. Ey. Bis zum Anschlag. Wow, einfach wow, ey. Wie will der Rutschrauber hier eigentlich lernen? Aber Yassi, wir können das eigentlich, oder? Joa. Wo ist denn der Kurt? Jawohl! Boah. Was habt ihr denn da jetzt runtergeschossen? Die Ehre von Miles. Ja, also ich werde euch das nächste Mal einfach in der Botanik zurücklassen. Mhm. Bis der Porta hat gesessen, schau mal. So richtig die Punchlines. Boah, Alter. Ja, ich werde euch das nächste Mal eiskalt in der Botanik zurücklassen. Na ja. In der Botanik. Ey, guck mal. Ey, die machen auf coole Medics. Aha. Ei, 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 ei. Jetzt kommt es, na? Wer ersalze ich da ab? Wer ersalze ich jetzt ab? Wer ist der? Wer ist der Kostel? Wer ist der Kostel? Trotzdem ist es zu kurz. Grüß Gott. Ah nein. Grüß Gott. Hallo, Sie haben... Ja, ja, schaut mal her. Schaut mal her. Da unten liegt der Verletzte. Sehen Sie den? Oh Gott. Sehen Sie das? Aber da siehst du mal. Henrik, steig nicht runter. Schick nicht anders. Ja, ja. Henrik hat auch Übergewicht. Ich glaube, der hat zu viel... Ja. Ja, hallo. Der verdient das Arzt so gut, der hat sicher zu viel gegessen. Ach und deswegen schickt er mich anders vor. Da kommt der Kletter. Ja, hallo. Wir sind bei der Unfallstelle noch. Wo bist denn du? Ich bin oben auf dem Gipfel. Komm dir nicht nach. Sie sind wie Egoisten. Wir haben jetzt gerade den Heli herherleiten müssen. Ja, ich bin schon oben, weil der Heli kommt doch eh schon. Er hat eh schon einen Notruf gewählt. Ja, den haben wir jetzt gerade herleiten müssen. Ja, Bruder. Ich will doch schon Spaß haben. Alter, ich muss da weg. Egal, der Heli landet er gerade. Oder ich muss da weg. Hopp hoch. Ähm. Ich glaube, wie interessant was, ja? Jassi, wir fahren. Ja. Hallo. Ja, moin. Na dann. Auf, auf. Ich habe das Gefühl, da kommen wir nicht drauf. Ich glaube, da kommen wir nicht drauf. Ich glaube nicht. Schauen wir mal da. Einfach wieder, vor allem. Ganz kritisch. Ganz kritisch. Ganz, ganz kritisch. Aber da drüben. Ja, drum könnte es sich so ausgehen. Jetzt darfst du mich nur nicht hinlegen. Bitte nicht. Wenn, dann haut es uns eh nur gemeinsam. Ja. Achtung. Das könnte schlecht werden. Also langsam wird mir aber schlechter. Leute, wenn man, Leute, wenn man Frauen klären auf Wish bestellt. Abschleppen. Dann macht es mir nach, Leute. Kommt sicher gut an. Ich habe das, ich habe die Methode auf AliExpress, habe ich entdeckt. Funktioniert. Na schau. Das klappt. Oh, in die Magengrube. Du hast den Bauch trainiert, gell? Ist eh kein Problem. Na. Mit dem Arsch voraus. Ey, Brudi. Ja, ja. Sind wir jetzt die einzigen? Oder ist da unten noch wer? Ich habe da irgendwo welche mitgenommen. Na, da. Ah. Hallo. Ja, moin. Ja, moin. Boa, Miles. Du bist ja wie der Doktor, hast du auch zugenommen, ne? Dann sind wir jetzt wieder alle, oder? Haben wir es jetzt? Ja, wir haben das immer noch nie. By the way, oben ist ein Motorrad, das funktioniert. Wer möchte das haben? Der kommt mal jetzt, komm. Der kommt? Ja, warum nicht? Der kommt? Das ist dir aber sehr sicher. Das hier vorne. Das hier vorne. Das blaue? Das ist das blaue da, ja. Also schwarz-blau. Das sollte wieder gehen. Nicht deine? Ja, lass ihn fahren. Was heißt, lass ihn fahren? Ja, lass ihn fahren. Achso, das geht. Achso, ich dachte, lass ihn fahren. Der Miles hat gerade am Koffer abgestellt, da hinten. Okay, jetzt müssen wir mal schauen, jetzt fahren wir mal die heptische Strecke. Ja, das ist die mit den Rampen. Wer sie nicht fahren möchte, ja? Wer diese Strecke nicht fahren möchte, der kann jetzt aufsteigen. Das ist nämlich sehr, 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 sehr schwierig. Ja, Betreffungsspital, oder? Jawohl. Ja, sowieso. Also, wer sie nicht fahren möchte, der kann mitmachen, weil sie nicht fahren möchte, der muss nicht mitmachen. Fangen wir halt mit die Rampen, oder? Da unten? Nee, nicht die. Da unten, da, wo die Rampe ist, die Schanze. Ja, wie jetzt? Oh Gott. Ich bedanke mich schon mal für die tolle Arbeit im Autohaus. Wir fahren hier links runter. Jungs und Mädels, das war mir eine Ehre. Also, wir fahren hier runter, verstehst du? Alter. Also, wer fährt vor, ich fahre hinterher. Sagen wir mal fahren. Jeff fährt voran, oder? Ich bring dich da heile runter, kein Schreis. Dann kommt man jetzt. Gut. Ja, siehst du das? Ja. Der Erste. Du sag mal, Miles, was ist denn da passiert? Okay, der Zweite. Ich glaube, ich hätte die alle auf die Schulter nehmen sollen. Bestimmt. Wir sind gleich da. Am Abschluss machen wir einen Backflip. Gut. Siehst du, nach hinten sind wir noch die einzigen? Ich sehe niemanden mehr. Gut, dass du mit mir mitgefahren bist. Äh, ja. Ich glaube, mich hätte es sonst vielleicht nach dem ersten Mal komplett runtergehauen. Wie meins. Kleinen Sprung. Geil. Das ist super. Ja. Oh mein Gott, die Armen. Die kriegen eine Rechnung. Wie ist das denn? Gott, du weißt es. Kommt da keiner mehr nach. Die rufen wir an. Schaut mal. Es sind schon zwei tot. Ich glaube, du hattest alle erwischt. Den geht auch nicht mehr ans Handy. Ja, moin. Wir sind als einziger runtergekommen. Call me, bro. Uff. Auch wenn es unbequem für dich da oben ist. Aber. Ich lebe noch. Du lebst. Ich habe mir nichts gebrochen. Mir geht es gut. Besser kann es uns leben. Die sind einfach alle gerade. Oh mein Gott. Ich glaube, der nächste Seite ist das Krankenhaus für alle. Ich rufe Kurt an. Jetzt kann er mich nicht abheben. Schau, ich rufe ihn an. Team Autohaus. Team Autohaus, oder? Ja. Eindeutig. Immer das Beste. Ich rufe ihn nochmal an, Scheiße. Kann er aber nicht so zurücklassen. Fahr mal nochmal rauf. Ejo. Und dann, wenn man wieder runterwandt, dann haut es uns nie. Das wäre so. Niemals. 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 Gott, ich habe einen Benzinkanister. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Was ist denn da passiert? Bruder, wo warst du? Jetzt wollte ich aufhelfen und bin gestürzt. Bitte gehen Sie ein Stück mit Ihrem Motorrad zurück. Geh weg. Entschuldigung. Ich fahre ja schon. Wie es aussieht, Leute. Der Medic Enzmet. Entschuldigung. Ist ausschaut sicher für den. Gut, dann fahren wir halt. Bin dir nicht erwünscht. Wollt nur helfen. Echt so. So mad. Geh ich halt wieder. Immer diese Enzmeten Medics. Der Farmer. Sind alle so unhöflich. Sind die Medics immer so unhöflich? Wollt nur meinen Freunden helfen. Die sind unter Stress. Ja, stimmt. Da haben wir jetzt so vier Patienten dazu gewonnen. Jetzt sind sie komplett Enzmet. Pfff. Gott sei Dank nicht uns zwei. Da hätten wir allein gereicht. So. Was machen wir jetzt noch für einen Stunt? Noch ein Rückwärtssalter. Ja. Wenn ich es überlebe, ja. Warte mal. Wo kann man da gut anmachen? Da ist alles so riskant. Da sind überall Bäume. Na super. Wir haben es safe runter geschafft. Super. Alter, wir sind die Besten. Was ist denn da oben los? Die können alle einfach kein Motorrad fahren. Das war der Beweis dafür. Nein. Du sagst das. Ich fahre in der Tank. Ich fahre zur Tanke. Warte mal. Ich probiere jetzt mal was. Scheiße Tank. Handelmoment, aber hundertpro. Na, ich fahre in Heli. Sicher, Polizeihubschrauber. Die werden jetzt sicher eingesperrt, weil wir es geschafft haben. Wir sind Illuminati. Okay. Was ist denn hier los? Ich kann mal wieder stehen. Ich gönne dir mal eine Pause. Warmes Ding. Ach, geht schon. Oh Gott, der Heli raucht. Oh Gott. Auweil. Hier geht es aber noch gut, oder? Jo. Perfekt. Mir geht es zu. Ich geh die dann besuchen kurz. Perfekt. Oder so. Mit dem Moped-Team flexen. Jo. Da muss ich es mal ausruhen. Was ist denn bei euch passiert? Da oben passiert. Das willst du nicht wissen. Da oben passiert. Hallo? Ja, sie ist bei dir für'n Arsch. Ja, sie ist bei dir für'n Arsch. Beste Leben. Wie neu. Wie neu. Wie neu. Wie neu. Das heißt, ich bin der Einzige, der die schwarze Strecke geschafft hat. Nein, bist du nicht. Nein, bist du nicht. Ich hätte sie, du blöde Stück. Ich hätte sie auch geschafft. Ich habe die nur nicht liegen lassen. Ich habe probiert. Er war ein Ehrenmann. Er wollte... Ich habe probiert aufzuhelfen. Ohne Scheiße. Ich bin ans unten schon gewesen. Bin nochmal raufgekommen. Habt's mich verscheucht. Ja, ja, weil du weggefahren bist. Ja, sie, dein Bike ist für'n Arsch. Das hat null Bremsen. Aua. Du bist da mitgefahren. Das ist ja nicht meine Schuld. Es ist ein Arsch, null Bremsen. Ich habe doppelten Ballast gehabt, hallo? Bauen das Ausrede und nur eine Hand. Jungs, ich würde mal sagen, ab in die Fahrschule. Jungs. Oder nee, den Führerschein stecht dann auf die Wishlist. Stimmt. Ja, das kriegt man im Plan. Kann man bei Ihnen eigentlich Verbandskäste auf die Wishlist packen? Äh, brauchen Sie Verbandskästen? Nein, aber kann ich bei Ihnen Geld fürs Tierheim spenden? Entschuldigung, gerade... Er versteht mich nicht. Von freundlicher Art. Ja, ist echt so. Ich will ja nur helfen. Nee, Entschuldigung, ist gerade ganz viel los im Funk. Wie bitte, was haben Sie gesagt? Kann man bei Ihnen Geld fürs Tierheim spenden? Äh, nee. Und es kommt auch alles an. Nee, fürs Tierheim tatsächlich nicht. Nicht. Aber schade. Das müssen Sie... Kann man das bei Ihnen auf die Wishlist packen? Kann ich auf jeden Fall mal an die Leitung weitergeben. Okay. Andere Frage, was eigentlich mit der armen dritten Sau, die noch auf dem Werk liegt? Ähm, die wurde vom Kollegen hochgeholt und ist... Ey, der Medic. Sie haben schöne Füße. Dankeschön. Ich werde dafür bezahlt, wenn ich das sage, wissen Sie. Okay, alles klar. Dann ist gut. Gibt das Geld, was ich dann aber ins Tierheim spendiere bei Ihnen, dann eh auch in den Porsche rein, oder? Oder vielleicht doch in einen Mercedes. Er ist ja offen zu mobben, er kann nichts dafür, dass er Porsche fährt. Er hat sich das ausgesucht. Äh? Und was da ist. Ich will ja nur für Tiere spenden. Einem Porsche. Ich will ja nur für Tiere spenden. Du willst einen Porsche an Tiere spenden. Ich will, dass alles ankommt. Bei den Tieren. Du willst dir einen Porsche schenken. Genau. Nein. Also, ja, also... Bist du vollkommen beschwert? Nein. Ich glaube, er will der Tierheim Leitung einem Porsche schenken. Ich weiß zwar nicht, was der Sinn ist, aber... Nein, ich will... Nein, 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 der Tierheim Leitung will ich eine Uhr schenken. So eine coole Uhr, so eine Smartwatch. Also du meinst eine Rolex, ne? So eine Rolex Smartwatch. Ja, ja, ja. Aber das ist das, was die Tiere brauchen. Ja, ich brauche Rolex Smartwatch. Wer kennt sie nicht? Ja, und einen Amazon-Gutschein. Und? Einen Amazon-Gutschein. Aber jetzt nicht nur ein 10-Euro-Gutschein. Können wir dann aber eh auf die Wishlist auch tun, gell? Okay. Schon. Ja, vielleicht zu Weihnachten kriegst du mal was von mir. Cool, da freue ich mich aber, Papa. Ja. Man kommt der Krankenwagen. Ihr tut es euch da jetzt sauber. Ja, der Rettungswagen ist unterwegs. Wir haben leider keine Ahnung, was der tut. Also, ich weiß nicht, was ihr jetzt macht, aber ich fahre jetzt noch einmal eine Runde. Und warum hat der Heli keinen Rotor mehr? Das weiß ich auch nicht. Die Frage ist auch gut. Wir hören ihn, wir hören ihn. Die andere Frage ist, wie kann er ohne Rotor fliegen? Gute Frage. Sind die neuen Militärrotoren, die werden sozusagen nur unsichtbar sind, aber da. Ich würde an ihrer Stelle mal Rotoren auf die Wishlist packen. Das ist Tony Stark Technik. Achso, alles klar. Okay. Wollen wir noch weiter? Wäre es nicht so voll, einen Ironman-Anzug zu kaufen? Ja. Perfekt. Und weiter geht's. Gut, Jungs. Ich wünsche euch noch was. Viel Spaß. Wirklich gut. So. Fahren wir mal die anderen Berge ab, oder? Ja. Oder willst du dein eigenes Bike haben? Nee, bloß nicht. Hast du doch gehört, hat keine Bremsen. Lieber mitfahren. Okay. Ja. Hallo Wundi, servus. Grüß dich. Hat keine Bremsen, weil es ist einfach fett. Dazu möchte ich mich nicht äußern. So. Irgendwo müssen wir jetzt noch einen Rückwärts-Halter droppen. Warte, da oben. Können wir das da machen? Nee, ist zu knapp. Boah, irgendwo eine geile, eine geile Schanze. Da, die, diese richtig kantige. Warte mal. Ich, ich mach mir da kurz nochmal eine Lage. Hm. Dann schauen wir. Uff. Boah, das wird knapp. Ohne richtig gute Gelegenheit. Problem ist, ich hab jetzt zwei Menschenleben. Wenn's mir um eins geht, dann ist mir wurscht. Dann würde ich wahrscheinlich auch schon da liegen, wie der Ärgste. Warte, ich schau mal da. Warte, kann ich da wieder klippen. Ich bräuchte nämlich so eine Klippe. Könnte funktionieren. Oder da hier. Warte mal, da hinten schaut sweet aus. Könnte funktionieren da. Oder da. Oh. Das sieht sneaky aus. Wir probieren's mal. Ja, wir probieren's einfach mal. Oh, meine Ehre. Ja, ist das Maria? Ja! Ja, Mann! Ja, Mann! Oha! Oha! Das soll mal jemand nachmachen. Das mit doppelter Belastung. Boah! Ja, meine rechte Schulter hat zwar kurz geknackst, aber ist egal. Oha, Leute! Ey! Da muss. Alter! Rückwärts halt, du mit, mit Ballast. Alter! Da müssen wir uns jetzt feiern lassen, irgendwo. Ja, ich bin krank. Oh, ist am besten. Genau. Hinfahren! Bruder, was ist da los? Wahrscheinlich sind wir schneller dort. Na schau, Wanderer! Schau mal, die Aussicht da oben. Wow. Du, schön. Ich hab gehört, da oben ist irgendwo ein Grab. Das ist da drüben. Weiß nicht. Das ist ein Leuchtturm. Leute, was war das gerade für eine kranke Aktion? Was war das gerade für eine kranke Aktion? Da, schau, Camping! Jawohl! Da will ich hin. Camping! Wohl ausgestorben, da. Was machen Sie da? Hm. Oh, wei. Oh, weh. Oh, Gott! Was? Oh fuck! Nein! Jetzt hat's uns endlich auch erwischt! Ich bin 50 Minuten inhaftiert. Ein Notsignal senden, schau! Ach du Scheiße! Fuck! Der Sprung war zu wild. Das ist, weil ich vorne eingeduscht bin. Vom Sprung her wär's gegangen. Oh Gott! Ne Leute! Da hast du an der Stelle was! Es hat passieren müssen Leute! Kommt schon! Danke für 2 Euro! Was ist denn toll? Sag einmal! Warum schreibt der Chat jetzt arme Yassi? Ich hab sie so schon lebendig runtergebracht. Ich hab sie so schon lebendig runtergebracht. Sie hat bei mir länger überlebt als bei den anderen. Ach! Huch! Ich zahl schon die Rechnung. Kein Stress. Alter! Zu geil einfach! Ich glaub da kommt dann auch schon wieder der Hubschrauber. Hahaha! Ah ja Wundi! Die Frau Honda! Hahaha! Die Frau Honda! Stimmt! Wo liegt eigentlich Yassi? Die Arme! Aber ey! Sie hat bei mir länger überlebt als... als... als woanders! Und der Aufprall hat grad richtig geschallert! Geil! Wenn Kurt jetzt da wäre, ne? So richtig so... Jawusch! Ey! Sie sind toll aus! Die Arme! Und die Frauen da! Hmhm! Da hat man ein Schlückchen! Ach! Ein Löfflack! Trinken kann! Andl, was soll ich denn da jetzt sagen? Ich bin der beste... Motorradfahrer! EU West! Warte mal! Aber ich glaube ich muss sowieso... Ich glaube ich muss aber sowieso mich... Ich glaube ich muss jetzt als Admin agieren! Weil ich... Wenn ich jetzt sie trage... Weiß glaube ich nicht wer mich dann revivet! Ich glaube ich... Ich glaube... Kann man nicht dann beide reviven! Oder? Schauen wir mal was passiert! Herr und Frau Honda! Herr Honda! Scheiße! Ich bin grad voll! Ja Leute! So kann's dann aussehen, oder? Mh mh! Ich leg mich mal hin! Wo ist Yassi eigentlich hin? Ich will sie runter kriegen, die Arme! Wo ist Yassi eigentlich hin? Ich will sie runter kriegen, die Arme! Gut! Ich habe das grad nur gemacht, weil ich sie ja getragen habe! Aber ich glaube dann hätte man es nicht irgendwie reviven können! Lol! hat sie überlebt! Hat sie überlebt? Das kann nämlich wirklich sein, dass sie überlebt hat, ne? Wusste ich nämlich nicht! Alter! Alter! Wenn sie überlebt hat, dann bin ich aber happy, ne? Oh! 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 Scheiße! Was ist denn genau passiert? Wo sind sie hier von oben runter gefallen oder von wo sind sie gestürzt? Äh... Umgeknickt! Umgeknickt? Ja! Ich untersuche sie mal eben, ja? Ja! Ach! Ich glaube ich habe mir das Schlüsselbein gebrochen! Was machst du? Sind sie auf die Schulter gefallen? Ja! Können sie sich an den Unfallhergang komplett erinnern? Ja, natürlich! Ich bin da oben von der Klippe runter! Ich hatte sie dabei hinten! Hast du überlebt? Ja! Alter! Mir geht's gut! Das freut mich! Oh! Oh! Hier vor Ort kann ich jetzt nicht viel machen! Dann habe ich alles richtig gemacht! Oh! Ähm... Ich muss sie natürlich mit ins, äh... Krankenhaus nehmen, ne? Leute, was bin ich für ein Ehrenmann! Ähm... Am besten ist es aufgrund des Gefälles, dass sie vielleicht kurz mit nach oben gehen! Ja, klar! Sonst komme ich hier mit der Trage nicht raus, ja? Ja, klar! Alles klar! Du kannst mit dem Moped fahren, wenn du willst! Warte mal! Ui! Okay! Können wir den Helm schon mal abnehmen, am besten? Ja! Ui! Ui! Dann dürfen sie sich ja mal auf die Trage legen, ja? Ui! 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 Leute, was bin ich für ein Ehrenmann! Alter! Yassi hat überlebt! Sag noch einmal, ich... Ich bin... Bin da... Bin da... Bin ich... Ich bin ehrenhaft gestorben! Na gut, bin auch ich gefahren! Gut! Sie sind drin? Jo! Oh! Alles klar! Dann fahren wir los! Leute, wir haben ein... Wir haben ein Leben gerettet! Ich habe sie nicht den Berg runter geschmissen und da hat sie jetzt auch überlebt! So muss das! Bam! Jawoll! Wenn sich ihr Zustand verschlechtern sollte, sagen sie mir Bescheid, ja? Ne, ne, ne! Passt alles! Sorry! Alles okay, ja? Ja, ja! Ich habe nur kurz kotzen müssen! Oh! 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 Ja! Die Hauptsache ist... ...Yassi hat überlebt! Ich habe mein Leben verantwortet und ich habe es beschützt! So muss das! So muss das, Leute! Was war ihn vor dem Sturz schon schlecht oder erst seit dem Sturz? Ne, ne, erst danach! Das ging jetzt nur wegen der Fahrt! Es ist noch ein bisschen stickig! Ich habe mich schon... Ich habe mich schon beruht! Soll ich den Fenster aufmachen? Ne, ne. Das geht alles! Danke! Oh! Oh! So ein Pech aber auch. War der einzige Überlebende, der die Bergtür überstanden. Und jetzt haut es mich da auf bei der leichten Strecke. Toll. Ja. Sieht ja nicht so schlimm aus auf dem ersten Blick, ja? Nee, nee. Man hat auch eine Faktur der Schulter, so ein Bruch. Ja, ich bin da die Klippe runter und dann bin ich aber mit dem Vorderrad reingeschallert und dann hat es mich mit der Schulter voraus drüber gehauen. Oh Gott. Das ist das Positivste an 2020, oder? Ja. Dann ab ins Autohaus. Leute, Motorradtour, wir sind dabei. Oh. Alles klar? Jo. Sehr gut. Sind ich gerade über den Stein gefahren. Rupf in Gatsch und Schlagerwöhn. Aber du mir doch nicht gewöhn. Rupf in Gatsch und gib Ruhe. Sonst mache ich dir die Augen zu. Sind die Sänger? Rupf in Gatsch und gib Ruhe. Hallo? Ja. Ob sie Sänger waren? Ja. Oder sind sie auf dem? Je? Je schau, so asau, je saß nahe. Was mochte nocata, im Habelka? Je wu, o esu pfuh, meina sö. Was macht der Nogga da im Abelka? Aber nein, ich geb da zwei und bis da zwölf. So, wir sind da. Aber ja, ah, nein, nein, kann doch nicht so deppert sein. Hupf in Gatsch, grab dich ein. Gute Scheiben. Sehr gut, auf jeden Fall. So, wie ist denn eigentlich Ihr Name, den habe ich noch gar nicht erfragt. Konda. Ach, Herr Konda. Man kennt sich, oder? Ja, super. Wir fahren erst mal, würde ich sagen, ins CT, da machen wir nochmal aufgrund des Erbrechens nochmal ein CT vom Kopf, die Blutung auszuschließen und dann ein Röntgen von der Schulter, ja? Okay. So, dann dürfen Sie einmal hier Platz nehmen. Gut. Dann einen kleinen Moment Geduld. Hupf in Gatsch und schlag erwähnen. Aber du mich da nicht gewöhnen. Hupf in Gatsch und geh rum. Also ich meine, mein CT jetzt ruhig liegen bleiben, nicht sprechen, nicht bewegen, ja? Sonst mache ich dir die Augen zu. Hallo. Ja, ja. Nicht sprechen, nicht bewegen, ja? Dankeschön. Also der Urli mit drei Urli oder wie der heißt, oder? Und zwölf Finger und der Schwammerl am Schädel. Mein Gott ist unser Burli, der hat drei lange Urli. Herr Konder. Mein Gott ist unser Burli, ja? Ja. Nicht sprechen. Danke. Mein Gott ist unser Burli, sieh's. Das ist unser Burli, der hat drei lange Urli, he, 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 Ja, Konda, nehmen Sie noch mal Platz auf der Trage, bitte. Auf der Trage Platz nehmen, bitte. Ja, ja, ich bin... ...hat Gedanken. So, fahren wir noch einmal ins Röntgen. So, Herr Konda, wir müssen Kahn mit warten, das Röntgen ist derzeit besetzt, ja? Röntgen ist wieder auf Fragen. Oh, was du mich doch nicht gewöhnt. So, sehr gut. Und nochmal kurz warten, ja? Ja, aber Fraktur. Können Sie mir eine Fraktur geben? Großveranstaltungen, Krankenhaus, immer. Immer. Vor allem nach einer Motorradtour. Boah, ich bin so froh, dass das Jassi gut geht, wenigstens. Dass die nicht unter meinen blödhaltenden Mitleiden hat müssen. Oh, fertig. Ehrenhaft verteidigt. Können Sie sich nochmal hier auf die Trage legen? Ja, ich kann auch zu Fuß gehen, wenn Sie wollen. Äh, wie geht's denn mit den Schmerzen bei Ihnen? Ja, äh, also die Beine funktionieren. Ist nur der Oberkörper ist ein bisschen hin. Also sonst... Dann kommen Sie gerade mit, Sie können... Moment, ich pack die Trage gerade weg. Geh, Alter, schau, mich nicht so depper, nein. Heute bin ich blau. Was geht denn da? Geh, Alter, schau, mich nicht so depper, nein. Heute bin ich blau. Sören Sie mal, meinen Sie mich eigentlich oder nicht? Was? Meinen Sie mich? Nein, das ist ein Volkslied. Kennen Sie das nicht, die Kian-Burmen? Nee, 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 nee. Von ihr macht Cent, oder würde ich sagen? Aber wenn Sie nicht Füße auf, birgt Sie die Straßen auf, Rauschi, so wie Rauschi. Bitte ruhig bleiben. Rauschi bin ich. Was? Ja, egal. So, also wir haben uns gerade immer noch im Tränenbild angeschaut. Wir haben noch gesehen, Sie haben auch noch zwei gebrochene Rippen auf der linken Seite. Ziehen Sie nochmal Ihr T-Shirt aus, bitte. Oder Ihn Pulli. Das ist gefeuert, gell? Aufgrund des Schocks merken Sie die jetzt nicht, die werden Sie aber dann später, wenn das Adrenalin nachlässt, auch merken. Okay, okay. Wir gehen davon aus, dass Sie aufgrund des Falls eine Gehirnerschörung haben. Moment, das ist gerade ein bisschen laut hier. Erst Mike, du Miestgurken, was tust du da? Wer spricht denn da? Ich höre Stimmen. Doc, ich höre Stimmen. Ich habe doch eine Gehirnerschütterung. Sie haben... Ich habe eine ganz schwere Gehirnerschörung, haben Sie. Aber wir sind dabei, das zu behandeln. Mike. Perfekt. Ich höre die Engel reden. Mike. Kleinen Moment, Herr Konder, ja? Ich glaube, bei mir ist es vorbei. Ich glaube, bei mir ist es vorbei. Mike, du musst nach Hause kommen. Nach Hause. Soll ich zum Licht kommen? Mike, nach Hause telefonieren. Ja, Mike. Herr Konder, hören Sie mich? Was? Sie singen die ganze Zeit. Nein, nein, ich singe nicht, ich schlafe. Na gut. Also, Fakt ist, Sie haben sich das Schlüsselbein auf der rechten Seite gebrochen. Ja? Oh, was? Was machen wir jetzt? Dafür lege ich Ihnen gleich... Müssen Sie gleich nochmal aufstehen. Dafür lege ich Ihnen einen speziellen Verband an. Geil. Im CT vom Kopf hat sich keine Gute mehr herausgestellt, sondern lediglich eine Gehirnerschütterung. Ja gut, das ist ja normal bei mir. Gut. Machen wir mal da hier... Deswegen würde ich Sie nochmal für circa fünf Minuten hier überwachen, ja? Ah ja, mach mal. Okay. Alles klar. Dann verkable ich Sie jetzt mal am Monitor. Okay. Dann auch hier noch ein bisschen Franzmaterial holen. Habt ihr da eigentlich Wurstsemmel mit, Guckal? Ja, schicken Verband aus dem Roman. Habt ihr eigentlich Wurstsemmel mit Guckal? Wurstsemmel haben wir nicht. Haben Sie Hunger? Dann bezüglich der Rippen. Bitte? Ein Guckal hätte ich gern drin in der Wurstsemmel. Guckal? Warten Sie. Ein Guckal nehme ich auch, bitte. Nee, Sie nehmen es gar nicht. Sie bleiben es sicher ruhig liegen, weil Sie haben zwei gebrochene Rippen. Ja, Sie können es mir eh bringen. Kein Problem. Ich bleibe auch wirklich liegen. Ich glaube, Sie haben genug zu essen. Ich kann Ihnen nämlich nichts geben. Dann. Ach so, ja. So, dann mache ich Ihnen noch eine Salbe hier auf die Rippen, dass es nicht ganz so weh tut. Ja, mache ich. Dafür dürfen Sie sich jetzt noch mal stellen, dann pflege ich Sie in den Verband an. Ja, komm mal runter vom Brett. Kann doch nicht so deppert sein. Hupfen, Guck, 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 Guck. Dann bleiben Sie doch mal stehen. Dann komme ich in zehn Minuten noch mal und schaue nochmal nach Ihnen, Herr Trader. Okay, danke, Guck. Ja, kein Problem. Ich kann schon wieder so stehen. Ah, Guck da. Gut, Verband, Leg, T-Shirt, Sweatshirt können Sie wieder anziehen und sich nochmal kurz ins Bett legen, ja? Ja, oder die Schuhe können Sie vielleicht auch mal ausziehen. Nein, bitte nicht. Die kann ich jetzt auch abstellen, oder? Ich komme gleich wieder, ja? Dann auch bemerkt Sie nicht. Können Sie mir Ihren Personalausweis nochmal geben? B, also. Ah, ich schon. Einen Wurfenschein geben, Leute. Haben Sie es gekriegt, gell? Ja, jawohl, danke. Einen Wurfenschein geben. Haben Sie bekannte Allergien? Nein. Wie ist es jetzt mit den Schmerzen bei Ihnen? Ja, eh gut. Sie haben den Wurfenschein mir zwei gegeben, aber es geht auch. Mhm. Ähm, Vorerkrankung. Nein, ist hier der Bersum. Vorerkrankung? Vorerkrankung? Ähm, na. Eigentlich nicht. Nein. Okay. Eigentlich alles gut. Ich habe nur hin und wieder mal einen Reizdarm, aber sonst? Ah, das ist nicht schlimm. Das hat jeder von uns. Also vor allem, wenn ich beim Mäcki, vor allem nicht beim Mäcki, ist immer der Durchfall, drückt dann richtig. Okay. Okay, solange sie den Reizdarm nicht hier erklären, dann ist alles gut. Siehst du, der haut gerade an aufgeschießen. Tut es den weg. Ja, ich hoffe nicht. Das sind die Medikamente. Ja, Alter. Wie geht es Ihnen denn, oder brauchen Sie Schmerzmittel? Herr Konda? Ja. Na, mir geht es gut. Wie geht es denn mit den Schmerzen bei Ihnen? Wenn Sie das Überlebende. Mir geht es super. Alles klar. Also wenn was ist, melden Sie sich. Man tut nur die Schüttere. Vor Erkrankung, ein Fiestl am Arsch. Du, Maik, ist ein Fiestl am Arsch eigentlich eine Erkrankung? Na. Gott. Aber wollen Rosi kaufen? Möchtest du dann noch Vorfahrt machen? Erst steckst du mir in den Schuhe, Heini. Na, hör auf, das stinkt nicht so. So. Aber warum hast du Ihnen nicht gesagt, dass du eine Kombi-Allergie hast? So stimmt. Herr Doktor! Ja? Ich habe eine Allergie. Wogegen? Kombis. So kommt jetzt keine Antwort. Also ich habe gehört, er schreibt es in die Akte. Okay, passt. Was ist denn dir passiert? Na, nichts. Na, das geht. Ich meine, ich bin nur am Heißl ausgerutscht. Also mit dem Motorrad hat es mich nicht gelegt. So, Herr Toredo. Ja. Dann schauen wir jetzt noch mal kurz in Ihre Akte. Fühlen Sie sich soweit gut? Mir geht es sehr gut. Ein bisschen Belegungen habe ich, aber das sind die Medikamente, glaube ich. Er stinkt. Ja, stinken ist relativ. Wünschen, die Kollegen hier Besuch? Kollege, was ist los? Oh, ich sehe einen Engel. Ja, richtig. Ich sehe einen Besuch. Ich sehe einen Engel und ich höre einen Engel. So. Alles klar. Wie fühlen Sie sich soweit fit, Herr Toretto? Jawohl, mir geht es. Ich bin fit. Ja, Sie. Hallo. Na, Chef. Dann würde ich Sie jetzt entklopfen. Mich freut es, dass du überlebt hast. Würde ich Ihnen aber raten, langsam zu machen. Ja, die Einzelse, die überlebt hat. Und sich nicht zu überanstrengen in den nächsten paar Tagen. Werde ich machen. Ich habe meine Schulter geopfert. Dann kommst du einfach mal mit dem Oberteil wieder anziehen. Für mich. Dankeschön. Nein, das ist selbstverständlich. Aber ich habe schon wieder blöde, blöde Pappen. Mir geht es gut. Ich habe dem Arzt gerade vorhin gesagt, ich habe eine Allergie gegen Kombis. Er hat mir nicht zugehört. Bis später. Ach Gott, Alter. Das war sicher gerade die Rache, weil ich habe ihm vorher meinen Schuh ins Gesicht gesteckt. Der hat sich dann auch, der hat sich auch sehr gefreut. Jetzt haben sie gesagt, sie wollen mich dann noch zwei Minuten oder so. Oder na, warte mal. Ein paar Minuten wollen sie mich noch beobachten und dann gehe ich hier wieder. Ich soll zwar jetzt nicht Motorrad fahren, aber... Ich kann sagen, wenn du ein OP gefasst. Nein, 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 bei mir? Nein. Ich gehe nicht in die OP. Glaube ich zumindest nicht. Wir hoffen es mal nicht. Nein, das war so. Sonst wehe ich mich mit Händen und... Also mit Füßen. Meine Hand ist hin. Das ist... Dann wehe ich mich halt mit Füßen. Die sind nämlich voll funktionstüchtig. Einfach fiestelhafter Rosetten. Dein Motorrad hat es auch heilher geschafft, also... Super. Immerhin. Immerhin ihr zwei. Bei mir ist es ja schon wurscht. Ach, Quatsch. Ich hoffe, ich passe jetzt noch ins Auto rein. Da muss ich mich halt in den Kofferraum legen. Auch wurscht. Na? Brauchst du eine SUV oder eine Limousine? Dann passt das schon. SUV hätten wir eh, oder? Ja, du. Bestimmt, ne? Ja, ich meine... Sonst lege ich mich halt in den Volvo rein hinten. Bei dir. Den habe ich da doch gar nicht. Dann schnalle ich mich halt auf den Zimmer, auf den Dach. Okay. So. Herr Konda. Ja, mein Name. Wie geht's? Ja, mir geht's gut. Außer, dass der vorher noch beim Gehen da mir ein Schaß ins Gesicht druckt hat. Sonst geht's mir gut, ja. Okay. Und ich habe seit einer Woche ein Fistler-Morsch. Aber das ist ja nicht wurscht. Das ist ja wurscht. Soll ich mir die mal anschauen? Na, es geht schon. Oder möchten Sie da lieber zum Proktologen führen? Na, das geht schon. Okay. Da sitze ich drauf. Die sitze ich aus, wortwörtlich. Okay. Das können Sie natürlich auch tun. Sie können dann, wenn Sie möchten, ich kabel Sie jetzt ab vom Monitor. Geil. Und dann können Sie gehen, ja? Urgeil. Kann ich die Rechnung gleich bei Ihnen zahlen? Natürlich. Ich stelle sie Ihnen aus. Super. Alter, der Oberarzt, der ist so teuer. Der macht eigentliche Preise. Gell? Ja. Ja, ich bin auch gut. Das ist ein Besserer. Wozu brauchen Sie Tabletten für zu Hause? Na, brauche ich keinen Cocktail daheim. Habe ich eh schon. Na gut, ich denke mal, mit dem Bier tut es das auch, ne? Ja, sicher. Ich meine. Gut, dann dürfen Sie aufstehen. Ich fahre halt einfach zum Ali rüber. Döner macht schöner. Genau. Dann ziehen Sie sich an. Und ich begleite Sie nach draußen, ja? Ja, ziehe mich dem eh an. Nee, doch, Sie ziehen sich mal an. Hallo. Ach so, darf ich nicht? Nein. Ach so, sind wir da keine Freikörperkultur? Nein, draußen können Sie machen, was Sie wollen. Aber hier drin bitte vielleicht. Ach so, scheiße. Na gut. War gerade so angenehm, weil der ist so schön klimatisiert. Ja, dann so. Zahlen Sie die Rechnung gleich, oder? Ja, geben Sie uns gleich da. Ist mir wurscht. Ich habe es Ihnen schon gegeben, die Rechnung. Oder vielleicht hat es auch die Frau, äh, ihre Nachbarin da, der eben dabei war. Genau. Dankeschön. Alles klar. Ich sage danke, gell? Keine Ursache. Passen Sie auf sich auf, der Kondai, ja? Ja. Und einen wunderschönen Damen noch. Das wünsche ich Ihnen auch. Ach, Frau Honda, wie geht's Ihnen? Das ist doch die Frau Dr. Honda, oder? Wurschen? Die Frau Dr. Honda, oder? Nee, ich bin die, ich, ich bin die Frau Dr. Wanda, aber die Frau Dr. Honda gibt es auch bald in der Stadt. Frau Dr. Honda. Die zieht nämlich jetzt auch hierher, habe ich gehört? Ja, Frau Dr. Honda, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Na dann. Schönen Tag noch. Ach so, darf ich hier mitfahren, oder? Hallo? Meinst du, ist hier wieder der Quämia? Ja. Na schau, haben sie mir ein Bett geschenkt. Wer hat denn jetzt die KTM eigentlich umgehoben sollen das? Genau. Ich hau dir meine rein. Ach so, kann ich nicht. Meine Schulter ist hin. Ja. Das kriegen wir zusammen, oder? Gott, zu dritt auf dem Motor. Das kann ja was werden. Auf jeden Fall. Aber nicht auf meiner Schulter. Ich bin gerade, mein Schlüsselbein ist am Arsch. Ja, dann muss ich dich eh rauszufahren. Oho. Au. Machen wir. Ja, passt. Oh Gott. Ach so, warte mal, das geht nicht. Oh je. Was ist denn da jetzt? Ach so, Yassi, so ist das also. Ja, bleib einmal so. Timmt. Na geh, warte mal. Geh scheiße. Yassi, was ist denn da gerade passiert? Ich hoffe, die fragen nicht nach. Warte mal. Wir machen das so. Ach, Frau Honda. Ich glaube, Sie sollten das Motorradfahren lassen. Also so wie ich gehört habe. Ja, ich fahre eh nicht. Ich auch nicht. Ich muss fahren. Pass auf, Mike. Du bockst nie und Yassi bockt in Mike. Ich bock dich von hinten mal, ja? Urgeil. Bumpass. Perfekt. Sie wollen das doch jetzt nicht zu dritt durchführen. Und Yassi, jetzt bockst du in Mike. Wir machen das generell immer zu dritt. Frau Honda, beruhigen Sie sich. Das ist alles in Ordnung. Schauen Sie sich das an. Das funktioniert. Okay, ich mache mich dann schon mal bereit. Frau Honda, es ist alles in Ordnung. Dann sehen wir uns gleich wieder, ne? Ja, Frau Honda, ist alles in Ordnung. Mhm. Mhm. Na passt, Frau Honda. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag. Baba. Ich bin die Frau Wonda und nicht die Frau Honda. Tschüss, Frau Honda. Aber die Frau Honda kommt. Ja, Honda, Mitsubishi, Suzuki. So, sollst du jetzt hingehen? Jetzt zum Parkplatz, oder? Am Berg, am Berg. So, na? Ich gehe von einem Parkplatz. Das heißt, ich fühle mich da irgendwie so hoch oben. Es ist nicht gewohnt, so hoch oben zu sein. Ja, ich meine, das kenne ich nur auf der Karriere, Leute. Ha! Ha! Uh! Uh, geil, oder? Hupfen, Gatsch. Und giba Ruhe. Oh, meine. Nein. Ach so. Der kennt das nicht. Äh, wird dann auch wieder gern wieder den Boden der Tatsache spüren. Ja. Irgendwann. Danke. Also, bei mir gibt's nicht. Gescheiße. Ja. Du musst es mal so fahren. Super, danke. So geht's. Freiheit. Ah. Hast du eben gehört denn das Auto, oder? Keine Ahnung. Das ist nicht schön. So, ich geh jetzt Auto fahren, weil Motorradl wird halt nix mehr. Na ja. Na ja. Na, bei einparken musst du's. Das ist das Letzte, was ich heute mach. Weg ist weg. Ein Speck, grüß dich Gott. Aber Speck wär jetzt geil. Fangen wir noch, ob er Speckweckerl ist. Ja. Sind sie ein Speckweckerl? Ein was? Ein Speckweckerl. Das sagt mir nix. Okay. Schade. Ist das ein Gebäck? Ja. Ein sehr gutes sogar. So'n, so'n... Ja, ich hab nämlich gedacht, weil sie sind ja... Blätterteig mit Speck drin. Ja, sie sind ja der Herr in Speck. Ah ne, das kenn ich nicht. Schade. Gut. Kommen wir ins Autohaus, oder? Ja. Wir schauen. Der Speckweckerl. Beim Aufzug macht sich's gut. So. Schön bequem. Los. Achso. Achso. Zigaretten kaufen, geh'n und komm' dann nach. Am Smees SUV abgeschleppt, die Heißel. Oh no. Du bist so deppert. Au! Der ist erst aus dem Krankenhaus, Kuno. Entschuldigung, der Herr, gell? Mitten auf dem Blumper. Ja, ja, nicht da. So, schöne. Deppert. Wie schöne Glutzen. Schönen Abend noch. Ciao, ciao. Vielleicht fragen wir, ob... Warte mal, vielleicht ist das ein Taxi. Ich würd' einmal gern zum Abschlepper, bitte. Was haben Sie für'n Tarif? Ich glaub', da sind sie bei mir völlig falsch. Kann man bei Ihnen nicht zum Abschlepper fahren? Ja, sie wissen aber schon... Nee, sie wissen schon, wo sie grad eingestiegen sind. Ins Taxi, oder? Also ich vielleicht... Bin ich da nicht im... Nee. Ja, aber sie haben ja da Laptop, alles. Aber der ist nicht... Wollen Sie mal, haben Sie mal auf die Uhr geguckt? Kann es sein, dass Sie schon einen zu viel drin haben? Nein, ich komm' grad aus dem Krankenhaus, also mit Alkohol ist nicht so mein Ding. Die... Die Juten Schmerztabletten, die Ibuprofen, oder? Naja, ich wollte eigentlich nur zum Abschlepper. Da kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Aber guck mal, fragen Sie doch mal den Herrn, deinen weißen... Na, na, das ist der Dame, aber es ist okay. Ich hab gefragt, ob er mich rüberführt zum Tarif. Hat er nicht gemacht. Was für ein... Geht ja gar nicht. Ich hab gedacht, das ist ein Taxi. Schaut ja nämlich so aus, ne, mit dem Balken und alles. Hm. Jetzt fahrt er uns nach. Pass auf, Yassi. Achso, nein, fahrt er nicht. Perfekt. Na, ist super, oder? Haben wir sie geschafft heute. Ein super Tag gewesen. Herrlich. Ei, ei, ei. Am liebsten heute nur noch ein verhackert Brot essen. Ich vers noch. Weißt du, was verhackert ist? Na. Leider nicht. Ich weiß, aber du weißt, wie man gut Bambus kocht, oder? Hast du diese... Ja. Diese Bambusleitungen. Mhm. Dann bin ich sehr gut. Alter, die Bambusleitung. Bist du deppert. Warte mal, Yassi. Scheiß mich an, was ist denn da los? 72 Millisekunden. Ach du Scheiße. Das ist ein Bambus, Alter. Der geht nicht mehr höher, Leute. Der geht einfach nicht... Bist du deppert. Du magst das gern, wenn du die Strecke viermal fährst, gell? Mhm. Halt doch, Schwede. Es ist einfach anstrengend. Auf Dauer. Bist du deppert. Du kannst auch gerne fahren, wenn du möchtest. Also, so viele Panda-Bären könntest du ja gar nicht haben, was die Bambus bei dir zusammen essen müssten. Bist du deppert, Leute. Es leckt. Ich weiß. Geil. Nächstes Mal... Ja. Nächstes Mal schweben wir mit dir dann. Hm? Nehme ich gleich einen Helikopter. Ja. Das erinnert mich... Das erinnert mich so an Strizzi. Der hat dasselbe Verhalten. Vielleicht ist das dein Seelenverwandter. Kann das sein? Nein. Warum? Hä? Ja, aber der hat die gleichen Superman-Kräfte. Das hat sich bei mir irgendwie... Bessert sich das. Ja, okay. Aber es könnte ja sein, dass du mit ihm so seelenverwandt bist, weil dasselbe... Dachte, okay. So. Ne, Strizzi. Der holt dich dann am Traktor ab. Resi, ich hole dich mit dem Traktor. Oh. Nicht so dein Ding? Nuh-uh. Okay. Nein, du machst mich wahnsinnig. Alles Gute, Wundi. Ha-ha. Die Leute mob. Jetzt sind wir dasselbe mit mir. Leute, ich bin so schlimm. Ah. Schau. Der Wien Diesel ist auch schon da. Natürlich. Ja, was darf es denn sein? Ein Hellcat? Ja. Sicher. Schau mal her da. Ist was für dich, oder? Kannst du auf Hellcat machen. Genau, Frau Honda. Ist alles in Ordnung. Ist die neue Lieferung schon da, oder wie? Ne, ich... Neue Lieferung. Ich kriege immer neue Autos. Ich hatte irgendwas gehört, was... Ja, ich war jetzt drei Tage auf Geschäftsreise und habe ein bisschen was mitgenommen. Ich nehme zwar keine Kugel Eis mit, aber sowas. Okay, okay. Ich habe mir auch so nichts mitgebracht. Kritische Sache. Äh... Äh... Was? Ich habe gehört, sie haben einen Kreuz da mitgenommen. Na, aber gut riechende Schuhe. Wollen Sie mal riechen? Nein, nein, schon wieder. Oh. Entschuldigung. Ne, der wäre doch was für Sie, oder? Erst. Er hat was Sportlicheres. Sportlicheres. In der Zeitung ist es... Lambo. Nein, nein, ich bin kein Lambo. McLaren. Ja gut, der ist noch nicht da. Der braucht noch. Was ist denn die Italiener? Ach so, Corona und so. Die Engländer. Ich mache ja nur einen Spaß. So hörst du mir zu, gell? Da geht da McLaren und die Italiener. Er so, ja, ja. Nein, es ist eh so, ne? Ja, ich meine, wenn man mit so einem Pulli Autos verkauft, dann muss man ja sagen. Ja, ja. Genau. Nein, ich hätte für Sie einen Bugatti, hätte ich. Ja, den habe ich mir schon eingeschaut. Das ist sowas, oder? Ja, dann muss ich leider noch eine Woche warten. Eine Woche. Ja, der kostet 5,8. 3,8. Ach so! Das ist ja nicht der Centro Deji. Das ist ja der Kleine. Ach so, was mache ich mit der Kleine? Der Kleine habe ich selber. Hallo? Gut. Mit der Kleine kann man ein großes Theater haben. Ja. Deswegen muss man ein bisschen Hubraum haben, gell? Ein bisschen kompensieren. Das ist wichtig. Ja, weil normal fürs Kompensieren haben wir ja eine G-Klasse. Normal so das Kompensator-Auto. Nicht so, oder wie? Ganz normal. Wenn es unten kurz ist, brauchen Sie ein langes Auto. Mit dem haben Sie garantiert die richtige Länge. Aber ich muss da wirklich viel ausgleichen. Das ist das Längste, was wir haben. Wollen Sie mich verarschen? Was kostet denn sowas? Sowas? Geschenkt. Ich meine... Das habe ich ja. 500... 570.000 sind wir dabei. Das ist wirklich geschenkt. Ja, und da haben Sie dann wirklich die richtige Länge mit. Ja. Beim Hinten viel Platz. Champagner. Leute, no sexual, Leute. No sexual. Ja, da wäre sicher Luft dazu gekommen. Absolut. Ja, den Kaffee haben Sie auch drin voran. Mit dabei. Das gibt es uns nicht. Aha. Sie müssen sich mal hinten reinsetzen. Schauen Sie mal her. Ich meine, das ist schon ein Feeling, oder? Ja. Ja. Da hinten kann man richtig... alles drin feiern. Richtige Eskapaden. Wie viele Leute können da Platz nehmen? Du, so viele wollen wir da nicht haben. Viere, oder? Hm. Komm schon. Den könnt ihr euch mal dazu noch nehmen. Schon, gell? Zum Einpacken. Ja. Machen wir vielleicht noch ein Marschall vorne drauf. Oh, das wäre so ein rosa, möglich. Ja. Das heißt, hast du ein rosa Marschall? Nee. Ich nicht. Ich habe nur ein schwarzes. Ja, ich will nicht der Verbeerde. Der Felix hat da bestimmt welche. Der Felix ganz sicher, ja. Der ist am Wochenende wieder der. Ja, der, unser Herr Kaufmann, der hat, der ist so fürs, fürs Feminime. Der hat das sicher. Das. Na, Probefahrt machen, oder? Mal mit dem Ding. Kommt sicher geht. Auf jeden Fall. Uh. Ja. Darf es sonst noch was sein? Man, 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 man kommt nicht. Ja, der McLaren. Der McLaren kommt. Boah. Boah, bald einmal. Ich will mich da jetzt nicht, was du, wegen die Werke, wegen Corona und dem Ganzen. Das ist ein bisschen, aber, bald. Ich glaube, ich warte noch den. Ja, ja, sicher warten. Der lohnt sich auch. Der ist super. Das ist ein super Auto. Gibt schon irgendwelche Daten dazu? Was du, weil ich, ich bin da bei mir im Autohaus mit der Auswahl von meinen Autos und vor allem mit der Jeeps-Sorte bin ich ziemlich bringelig. Also. Solange du da kommst, bin ich dabei. Ja, ich auch. Hast du, hast du vorher gesehen? In die Akte. Steht ja drin. Ich habe eine Allergie. Kommt man nicht ins Haus. Kann ich gut verstehen. Kann ich gut verstehen. Jassi fährt aber auch nicht gern Kombis. Mhm. Nicht? Du fährst nicht gerne Kombis? Doppelte Verleihung. Jassi. Hast du uns was zu beichten? Nee. Du fährst nicht gerne Kombis? Nein? Oh, ich bin gerade wieder komplett los. Lassen wir das. Okay, das heißt, Jassi fährt gerne Kombis? Nein. Ich muss los. Ich auch. Mobi. Sie sollten sich das Personal nochmal überdenken. Ja, glaube ich auch. Schönen Tag noch. Ja, Ihnen auch. Also das, also das war jetzt unsympathisch. Ach Gott. Ich fahre doch gar kein Kombi. Werde ich auch nie machen. Ich ärgere dich nur ein bisschen. Ich weiß. So wie immer. Mhm. Das ist mir ein riesen Qualenboden. Magst du mich noch rausführen? Ich will heute einfach nur mehr schlafen. Du kannst auch fahren, wenn du möchtest. Ja, gute Idee. Weil ich möchte gerne Flügel verleihen. Ja, bei mir, bei dir kommt immer so, da sprießt der Bambus aus der Straße. Der hält dich immer fest. Wann kommen eigentlich die Kombis? Atlantis, mein Gott. Gar nicht. Ich habe eine Allergie. Ja, der fährt sich aber gut. Ja, schönes Auto. Jet, seid ihr noch da? Hip, hip. Dann müssen wir mal wieder eine Runde geben. Müssen wir die Leute auch wecken. Hip, hip. Ben, Überstunden. Immer. Immer. Jawohl, da sind sie, die Hurra. Jawohl. Alter, Jet ist sogar noch da. Jet ist sogar noch aktiv. Lol. Sie genießen nur gerade. Sie genießen nur gerade. Ich brauche echt so eine Hip, Hip anblende. Geht's. Ah, hören wir mal raus, oder? Ohne Witz, Alter, Autogrammkarten brauche ich wirklich mal. Wer von euch würde sich eine Autogrammkarte wünschen? Ohne Scheiß. Nicht, dass ich das umsonst mache. Nur für mich selber. Das Ding ist halt, Leute, ich fühle mich halt nicht so danach, ne? Ich fühle mich noch so wie ein ganz normaler Junge, der halt da am Abend zockt, ne? Und Scheiße baut. Und dann kommen aber auf Insta überall Leute, ich will eine Autogrammkarte, 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 bla bla bla. Ja, geil. Weißt du, und ich muss das erstmal so realisieren, weißt du? Ich fühle mich nämlich noch gar nicht so danach. Ich denke mir so, wer will von mir eine Autogrammkarte haben? Weil ich denke mir so, ja, ich bin halt jetzt nicht irgendwie, irgendwie da was. Uff. Wißt du, was ich meine? Willst du heimfahren oder willst du noch ein bisschen hierbleiben? Ich kann auch noch hierbleiben. Ja, ja, okay. Seitdem, du willst mich loswerden. Absolut. Am besten, du hupst da über den Hang rüber. Ja. Sonne ist schnell vorbei. Dann ist es halt so. So wie heute. Ich höre das da direkt, warte mal, wo ist denn ein guter Abflug? Such dir einen guten Abflug. Warte mal. Probier mal hier. Ja. Ja. Schau mal hier her. Schau mal, komm mal mit. Schau mal. Wenn du hier springst, ist ein guter Abflug, denke ich mir. Schau mal. Was meinst du? Mhm. Ja. Reicht das? Oder doch da vorne? Das reicht, Lacker. Ja, da vorne könnte noch mehr aufschallern. Mhm. Soll ich es jetzt noch machen, oder? Nee, lieber nicht. Gerade drum. Ich bin heute schon einmal die Klippe runtergesaust. Wenn ich eine Katze wäre, ich habe meine sieben Leben heute verbraucht. Du hast noch ein paar. Quasi dir. So, ich lege mich jetzt irgendwo rein und chill meine Base. Mach das. Ei, ei, ei. Geil. Immer diese Schuhe. Alter, der Autogrammkarten-Hype. Ah. Als erstes Wundi. Was ich als erstes mal machen muss, Leute. Was ich als erstes machen muss, ist mal eine Autogrammschrift lernen, ne? Das, das wäre mal wirklich. Das muss ich wirklich als erstes lernen. Ja, Bruder? Ich wurde 50 Minuten im scheiß Krankenhaus festgehalten. Ich habe es gehört. Ich habe es gehört, Digga. Ich bin da drin durchgedreht. Ich habe voll vorgetäuscht. Ich habe gesagt, ich habe nichts. Also meine Schulter tut weh. Haben sie mir die Schulter verarztet. Ging schon wieder. Alter, ich wurde 50 Minuten, haben die mich da drin gelassen. Bist du deppert. 50 Minuten, nachdem ich bin gelangt bin. Ich mache jetzt Selbstheilung bei mir zu Hause im Whirlpool. Alter, wer hätte ich das gewusst, ne? Da habe ich 50 Minuten in so einem scheiß Krankenhaus drin geziehen. Alter. Ja, das ist immer so. Das war schlimmer als jedes Gefängnis, in dem ich war. Aber ich bin sicher. Das ist halt so. Das ist sicher, dass ich am Ende durchstrief bin. Am Ende durchstrief bin. Weißt du, was das geiles ist? Gefängnis kostet kein Geld. Das ist teuer auch noch. Wie viel hast du bezahlt? 11.000 Dollar bezahlt. Bist du, Beppertee. Das ist ja eine Schande. 11.000 Dollar dafür, dass 50 Minuten meines Liebens raufgegangen sind. Eine Schande, das sage ich dir. Das ist wirklich. Verklagen. Gut, Helikopter einsatz hin oder her. Haben die wenigstens Fund gehabt? Nee. Jetzt müssen wir auch noch auf die Wish. Die hat mir nicht mal eine Wishlist dort. Ich durfte mir nicht mal was wünschen. Du, der hat nicht einmal mit mir geredet. Er hat nicht gefragt, ob ich Vorerkrankungen habe und so. Und ob ich Allergien habe. Aber ich habe gesagt, ja, ich habe Allergie gegen Kombis. Hat er mich ignoriert. Verstehe das nicht. Du sollst schon ernst nehmen. So eine Allergie gegen Kombis. Ja, und ich habe gesagt, ich will, dass das Geld, was ich spende, ans Tierheim geht. Hat er mich auch ignoriert. Alter, aber ich schwöre dir vor. So abgehoben dort im Krankenhaus. Bruder, ich bin jetzt so fertig. Ich werde nur noch nach Hause fahren. Ja, ich bin schon zu Hause. Das ist aber schrecklich. Mach das nicht lieber. Oh, Scheiße. Ja gut, dann... Ja, mach's gut, Bruder. Wir hören uns bald. Ja, aber... Alles klar, gute Besserung, ne? Danke schön. Tschüssi. Okay, go. Okay. Lass die chillt da hinten. Na gut. Alter. So. Okay, Leute. Dann würde ich mal sagen, für heute... Frau Honda hört alles. Jetzt soll sie auch hören, die Frau Honda. Das soll sie auch hören. Frau Honda! Das Geile wird dann sein, wenn du dann Charakter machst mit Frau Honda, dann nenne ich dich Wanda. Du kommst mir nicht aus. Du kommst mir nicht aus. Du kannst machen, was du willst. Ich werde immer einen Weg finden. Sonst kommt halt Honda. Frau Blonder. So viel Chars kannst du dir gar nicht erstellen. Das Mobbing. Yes, yes. Okay. Na gut, Leute. Wir werden jetzt dann mal schön langsam ins Grüßen durchgehen. Mal. Nicht. Alter. Ich komm immer auf Namen, Wundi. Kein Stress. Kein Stress. Macht dir da mal keine Sorgen. So. Jetzt werden wir mal den Stream beenden. Leute. Also, lasst mal gerne. Lasst mal gerne. Gerne kostenlos ein Abo hier. Hiermit unterstützt ihr mich nämlich Ultra. Also wirklich, wirklich toll. Und lasst gerne auch die Glocke hier. Vergesst das auch nicht. Und lasst im Stream auch gerne hier einen Like da, wenn es euch gefallen hat. Da wieder eine mega lustige Tour. Viel passiert. Viel Scheiße passiert. Viel Spaß gehabt. Ich hoffe auch hier beim Zusehen. Also, ganz bestimmt. Und checkt auch gerne meinen Discord ab. Checkt auch gerne Instagram ab, Leute. Für mehr Handel Moments. Und wer jetzt noch gegrüßt werden will, Leute, der schreibt das jetzt dann noch in den Chat hinein. Oder auch eine Frage an mich hat. Der kann das auch gerne noch in den Chat hier rein. meddeln, Leute. Und dann würde ich sagen, machen wir dann gleich, ne? Alles gut bei dir? Jo. Genieß die Aussicht. Mit einem Glas Wein. Immer doch. Was ist denn den her? Seit wann habe ich Wein? Achso, aus dem Kühlschrank drüben oder was? Achso, ich habe bestimmt. Weil ich bin viel zu wenig zu Hause, merke ich gerade. Ich habe mich mal bedient. Ja, ja. Mach nur. Ist dir wurscht. Ach. So. Ah, es ist so schön da. Ist unglaublich. Wie schafft es Felix, dass er sich da reingelegt hat? Verstehe es bis heute noch nicht. Au. Wie schafft man das? Probier mal. Was? Boah. Ja, moin. Ja, kann so bleiben. Ich schaffe es nicht, ich schaffe es nicht mehr, meine eigene Badewanne zu verwenden. Mein Gott, bin ich lost. Kritische Sache. Ja. Was da drinbleiben sieht gut aus. Ja, Leute. So. Ich fange jetzt dann mal an zu grüßen. So. Haben wir jetzt da. Alles klar. So, starten wir mal. Jimmy107. Grüße ich dann. Ben. Grüße ich. Und die Vivian. Denn Marvin und Sayuri. Grüße ich. Wie man haben wir streamen. Vielen herzlichen Dank. Wir haben hier. Nice Rider. Danke für 2.29. Vielen lieben Dank. Ah, Ahirsch grüße ich. Und die Frau Honda. Ah, es wird so herrlich werden. Susi Lars grüße ich. Atlantis D4 grüße ich. Joyce Jolina Borau grüße ich. Max Haas grüße ich. Andl war so ein witziger Stream. Vor allem das mit Yassi. Muss jetzt noch Mathe machen. Viel Spaß. Was sagt ein Mathematiker? Oder was steht auf dem Grabstein eines Mathematikers? Damit hat er nicht gerechnet. Ja. Gut. Chemical Sounds grüße ich. Lara Kiki und die Mods. Kevin Weiss grüße ich. Sehr gut. Fühl dich lieb gedrückt von mir. Grüße von Kenny Rosche. Vielen herzlichen Dank. Liebe Grüße zurück. Danke auch Kevin. Liebe Grüße. Kim107 grüße ich. XHauke grüße ich. Laura Flame grüße ich. Skywolf grüße ich. Isle of Horses grüße ich. Sonja Lobauer grüße ich. Stephanie Hechtl grüße ich. Und die Bea. Waku grüße ich. Xyons Stalker unterm Bett grüße ich. Elina Robitschko grüße ich. Fand ich dich zuerst richtig komisch. Aber jetzt bist du richtig cool und lustig. Dankeschön. Das geht vielen Leuten so. Ich finde mich am Anfang nur cringe. Und dann nachher denken sie so. Sympathisch. Kann man sich unterhalten. Okay. Wann haben wir da? Benjamin Duta grüße ich. Xyons Fan Seite grüße ich. Hab noch einen Witz für dich. Wie kastriert man einen Kühlschrank? Tür auf. Eier raus. Warte mal. Ich erzähle ein Yassi. Du Yassi? Ja? Hab einen Witz für dich. Willst du ihn hören? Ja. Wie kastriert man einen Kühlschrank? Tür auf. Eier raus. Statement? Mhm. Das ist ein guter Witz. Danke. So, Leute. Sieh uns Fan Seite. Das haben wir gerade erledigt, oder? Claudia Schnakenberg grüße ich. Mercedes AMG Pratern grüße ich. Und Andels Braves Ohr. Feier deine Streams voll und bleib so wie du bist. Vielen herzlichen Dank. Jens Neuhaus grüße ich. Ah, Iersch grüße ich. Emma Hoffmann grüße ich. Zocker Kitty grüße ich. Makari D grüße ich. Liebe Grüße aus Berlin. Dein Makari. Vielen herzlichen Dank, lieber Makari. Ganz, ganz liebe Grüße. Mano 1536 grüße ich. Schlafwunderschön. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Liebe Grüße. Und Schlaf auch gut. Paluten Freedom grüße ich. Hi, der Boss. Nice grüße ich. Andreas Ramsauer grüße ich. Und eine gute Besserung an die Fistel. Auf jeden. Iven Schmidt grüße ich. Manuel Wicht grüße ich. Not Imas oder Ilmas grüße ich. Leo Ale 15 grüße ich. Jozo gibt... So, jetzt geht's wieder rein. Jozo GB grüße ich. Oder GP. Scale Models grüße ich. Was für ein Seat Baujahr. Ähm. Was ist gerade los mit mir? Was ist dein Seat für ein Baujahr 2013? Liebe Grüße, Scale Models. Ewig schon dabei, der Bruder. Dankeschön. Liebe Grüße. It's Leonie Private grüße ich. Fausto Leone grüße ich. Julian Steimer grüße ich. Sven Ziegenhirt grüße ich. Mein Lieblingssong von Nefx. Hometown heißt das, oder? Ich glaube. Kiki grüße ich. Dann Marie Shanti Kleinandl. Natürlich Kleinandl, bester Mann. Danke wegen der Insta-Story. Wegen Kleinandl. Ich konnte es kaum glauben. Mein Gott. Das muss ja sein. Ich meine Kleinandl ist einfach Legende. Leute, falls ihr es noch nicht kennt, es gibt Kleinandl. Das ist ein Hamster, ein kleiner, knuffiger. Von Kiki. Hat sie einfach Kleinandl genannt. Habe ich auf Instagram gepostet. Wer das sehen will, Instagram folgen. Katrin Pribe grüße ich. Lars Ostermann grüße ich. Nina Schneebeli grüße ich. Robin Taubert grüße ich. Lena Weidemann grüße ich. xkilian123 grüße ich. Zockerbrotlovexun grüße ich. Sebastian Helmold grüße ich. Alina, danke schön. Ahirsch, ganz liebe Grüße. Mein lustiger Stream, danke schön. Rio Schlenz grüße ich. Kennst du eine Mia Venus aus Graz? Keine Ahnung. Selbst wenn. Der Besitzer des gelben BMW kann sein Auto in der Werkstatt holen. Warte mal, warte mal. Wo war man jetzt? Gerade sind scheiß Chat da irgendwie verschoben. Ah da. War die Frage mit, mit, mit. Ne, wie gesagt, selbst wenn ich sie kennen würde, dann würde ich es nicht sagen. Ich erwähne keine Leute aus dem Real Life irgendwie. Eliko grüße ich. Efe Öztürk grüße ich. Ahirsch grüße ich. Marek Pilzäcker grüße ich. Ähm. Du war, warst du gestern bei Butti? Nein, Butti war bei uns. Dorian Klinger grüße ich. Xyons Headset grüße ich. Robin Kruscher grüße ich. Andel die Gurke grüße ich. Stefan Köbele grüße ich. Jeremy Wode grüße ich. Lisa, uh, grüße ich. Die nächste Arztrechnung wird unbezahlbar. Ja, danke Wundi. Da, ah, das hole ich mir dann wieder durchs Auto zurück. Das Sima BMW dann, Wundi. Der wird dann wieder extra teuer. Schau. Das ist Mobbing. Arjanit grüße ich. Urintiger grüße ich. Digger Digger grüße ich. Luca Gailo grüße ich. Bist du eigentlich auf Discord oft an? Jein. Jein. Also am Abend schon, ja. Am Abend eigentlich. Sag mal so, wenn ich am PC bin, läuft meistens Discord. Eigentlich immer hinten Discord. Das ist meistens am Abend. Julian Ortler grüße ich. Toxiktron grüße ich. Kani 789 grüße ich. Na du, ist eh so nah. Gamer Apokalypse grüße ich. Lennart Koch grüße ich. Nächsten Stream Probefahrt mit der Limo. Ja, ich hoffe, dass Mike die haben will. Wäre mega. Marie S. grüße ich. Kalter Finger grüße ich. Manu Jelinek grüße ich. Leon Reichelt grüße ich. Was hast du für ein Auto und welches hat es geschehen? Ich habe ein Seat und was Kurt hat, das sage ich nicht. Das ist privat. Wenn er nicht will, wenn er nicht will, dass man das sagt, dann muss man das akzeptieren. Leute, gebt euch mal den Sonnenuntergang. Ist das nicht eine geile Aufnahme? Alter. MF RJ grüße ich. Albenita Zimeri grüße ich. Und seinen Freunden, den lieben Felix. Dann Nico5160 grüße ich. Fev Julian grüße ich. Crazy Girl 107 grüße ich. Christiane Haufmann grüße ich. 107 Professional Tuning grüße ich noch. Liebe Grüße aus Leibniz. Kannst du bitte Kenny Rosche grüßen? Den lieben Kenny grüße ich natürlich auch. Ganz, ganz liebe Grüße. In welcher Stadt wohnst du in Österreich? In Graz wohne ich. In Graz in der Steiermark. Glatttipps ja grüße ich. Dann Oliver. Wen haben wir da noch? Oliver Wünsch grüße ich noch. Dann machen wir noch die letzten 10 Leute. Wen haben wir hier? So. Keinen hier doppelt haben. Burton Bruton grüße ich. Zockertivi grüße ich. Urwald grüße ich. Kann man bald Signal fackeln? Denkt nicht. Eigentlich braucht man das nicht. Simon Mike grüße ich. Kaffee grüße ich. Kaffee. Jawohl. Ach Leute, lassen wir den Scheiß. Kaffee. Ich spreche es jetzt, weil es ist mit C. Schreibt man das dann Kaffee? Scheiß drauf. Auf Englisch ist es nämlich C-Coffee. Oder schreibt der Kaffee? Ich nenn's Kaffee. O.W. grüße ich. Barser TV grüße ich. Hey Nico grüße ich. Amina Koyum grüße ich. Der Anonymer S grüße ich. Gaming TV grüße ich. Marcel 1908 grüße ich. O.W. grüße ich. Und damit damit würde ich sagen, Leute, war mir ein Vergnügen. Wünsche euch allen eine gute Nacht. Schlaft alle gut. Habt alle einen schönen Dienstagmorgen. Und wir hören uns dann in alter Frische, wenn es wieder heißt. O.Nili streamt live auf RLO. Und bleibt alle gesund. Passt auf euch auf. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Und Tschüssi. Tschüssi.